Welche Religion ist die richtige? Welche Religion ist die wahre? Kann man das überhaupt wissen? Und wenn ja, wie? Das heutige Video werden wir etwas anders gestalten. Sehr viele, die hier noch gefragt haben, sind nämlich selbst Pastoren, Jugendmitarbeiter und Religionslehrerinnen. Was fantastisch ist. Ob ihr euren Job jetzt vor Ort macht oder online ausführt, danke für all euren Dienst. Das gleiche gilt auch für die Großeltern in der Familie, die Onkels und Tanten, die das hier mitschauen und ganz besonders für euch Eltern. Ihr seid die ersten Evangelisten für eure Kinder und ihr seid die wichtigsten Apologeten, die sie je haben werden. Ihr habt eine harte und eine richtig wichtige, wertvolle Aufgabe und wir beten für euch. Deshalb machen wir das heutige Video für alle und für jeden zugänglich und gleichzeitig machen wir das mit einem ganz besonderen Herzschlag für euch. Um euch zu unterstützen, um euch zu stärken und um euch Ideen zu geben. Für eure Predigtreihen, für eure Unterrichtsstunden, für eure Themenabende, für Andachten oder vielleicht sogar für eigene Videos. Deshalb wollen wir dir heute nicht nur das Was geben, also die Zahlen, Daten, Fakten. Keine Sorge, die kommen noch. Und was du an deine Schüler, Jugendlichen, Gemeinde, Kinder, Enkel weitergeben kannst. Sondern wir wollen dir heute auch das Wie zeigen, wie du das praktisch anwenden kannst, wie du das anderen beibringen kannst, wie du ihnen helfen kannst, über diese Fragen nachzudenken und wie du sie anleiten kannst, selbst auf gute Antworten zu kommen. Also, es war eine kurze Nacht, viel Arbeit, die hier reinfließt, aber ich freue mich richtig auf diese Zeit mit dir jetzt und ich hoffe und ich bete, dass es dir hilft. Ich bin Markus, der Gründer vom Überkonfessionellen Bibelverdienst. Wir erstellen kostenfreie Infomaterialien für Gemeinden, Hauskreise und Bibelschulen. Und wie immer kannst du alles aus diesem Video hier abschreiben, abfotografieren und kostenfrei nutzen. Vor allem aber werden dir die Infomaterialien auf dieser Webseite hier helfen, die sich tausende Menschen jeden Monat gratis mitnehmen und nutzen. Da steht alles schon für dich bereit. Dafür kannst du freiwilligen monatlichen Unterstützern aus dem ganzen Land danken. Menschen wie du und ich. Und wer auch möchte, dass Videos wie dieses hier in unserem Land weiter ausgespielt und nicht verborgen werden, der sollte jetzt auf diese Glocke hier unten rechts drücken unter diesem Video. Vielen Dank an alle Unterstützer, ob mit Glocke, Geld oder Gebet. Es macht einen echten Unterschied und dieses Video hier ist für euch. Also, tasten wir uns mal an. Das Erste, sobald du eine Einheit oder ein Gespräch zu einem kniffligen Thema machst, ist, dass du versuchen willst, Klarheit zu schaffen. Also, das Thema Einfangen, das Thema Eingrenzen und mögliche Missverständnisse aufgreifen und klarstellen. Das würde ich an deiner Stelle gleich am Anfang machen, weil sonst kannst du dazu kommen, dass Leute lange in irgendwelchen Missverständnissen gefangen bleiben, dir vielleicht nicht richtig zuhören und am Ende sogar, im schlimmsten Fall, Dinge tun, bei denen du denkst, ach du Schande, wie kommen sie jetzt darauf? Deshalb hast du gerade am Anfang von einer Einheit, am Anfang von einer Predigt, am Anfang von einer Andacht, hast du die Chance, dass du mögliche Vorbehalte, mögliche Vorurteile und mögliche Missverständnisse aufgreifen kannst und das solltest du tun. Das ist übrigens auch für dich selbst eine gute Übung, sodass du vorher überlegen kannst, was kann hier eigentlich alles schief gehen? Bei dem Thema, welche Religion ist die richtige, lass uns das kurz gemeinsam durchgehen. Überleg jetzt also, welche reflexartigen Reaktionen könnten deine Teilnehmer oder deine Gemeinde vielleicht dir entgegenbringen, die aber vom eigentlichen Thema sogar ablenken. Hier mal sechs Beispiele ganz konkret an unserem Thema, welche Religion ist die richtige. Beispiel 1. Leute könnten denken, du würdest sagen, dass Menschen aus anderen Religionen angeblich nicht moralisch handeln würden oder nicht moralisch handeln könnten. Und um das gleich klarzustellen, nein, das wäre doch ein komplett anderes Thema. Es geht nicht darum, wie sich der Anhänger einer Weltanschauung benimmt, nein. Es geht darum, ob die Weltanschauung selbst, ob die Weltanschauung an sich, ob die wahr ist. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Beispiel 2. Jemand könnte dir entgegenwerfen, wir müssen doch alle tolerant sein. Das kann so ein klassisches Beispiel dafür sein, wo Emotionen hochkochen. Und da ist es gut, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und Tatsache ist, viele in unserem Land vermischen Toleranz mit Akzeptanz. Und hier ist der Unterschied. Akzeptanz heißt, ich bejahe etwas, ich unterstütze es. Toleranz heißt, ich lasse auch Dinge stehen, mit denen ich vielleicht nicht so einverstanden bin. Das ist ein Unterschied. Zum Beispiel das Thema Schlagzeug in der Gemeinde. Darf man, sollte man, sollte man nicht in einer christlichen Gemeinde im Gottesdienst Schlagzeug spielen. Intoleranz wäre jetzt sowas wie, das geht ja gar nicht, dass in christlichen Gemeinden Schlagzeug gespielt wird. Das gehört verboten. Ich starte jetzt eine Kampagne dagegen. Wer hilft mir, diese Werkzeuge des Bösen ausfindig zu machen und zu verbrennen? Das ist jetzt Intoleranz. Das heißt, du gehst dagegen vor. Toleranz ist jetzt der Mittelweg. Das ist sowas wie, Schlagzeug ist jetzt echt nicht mein Ding. In unserer Gemeinde, da denken wir, das gehört sich auch nicht in einem besinnlichen Gottesdienst. Und insgeheim wünschen wir uns auch, dass andere das ähnlich sehen würden. Aber wenn du in deiner Gemeinde das so machen willst, ist das dein Recht, ist ein freies Land. Wir denken nur halt, es sollte anders sein. Aber mach mal. Das, das war jetzt zum Beispiel Toleranz. Und Akzeptanz ist, sobald jemand in meiner Gemeinde Schlagzeug spielen will, finde ich das gut. Wir räumen extra einen Platz dafür frei und kaufen ihm sogar noch eine zusätzliche Trommel. Auf welche Weise auch immer wir unterstützen das. Das wäre jetzt Akzeptanz. Du siehst also, wir sollten nicht einfach mit Phrasen um uns werfen, sondern im Gegenteil, wir sollten versuchen, mit unseren Worten präzise zu sein, weil das sind in der Sache ganz unterschiedliche Dinge. Also, tolerieren wir andere Weltanschauungen? Ja klar, was denn sonst? Schau mal rein in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Da heißt es, Paragraf 20, niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. Und dann heißt es in Paragraf 18, jeder hat das Recht auf Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit mit ein, seine Religion oder Überzeugung auch zu wechseln. Und das setzt voraus, dass seine Jugendlichen und Religionsschüler sich auch informieren können, welche Religion es überhaupt gibt und was die denn vertreten. Wie sollen sie sich denn sonst eine eigene Meinung bilden und sich für eine Weltanschauung entscheiden? Und das ist ja genau unser Thema. Beispiel 3 für Missverständnisse. Es kann auch sein, dass jemand zu dir kommt und sowas sagt wie, Hauptsache meine Weltanschauung fühlt sich in dem Moment für mich gut an. Und dazu will ich was sagen. Das ist etwas, was wir in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert, was wir nicht gut im Griff haben. Den Stellenwert von Gefühlen. Der ist uns teilweise komplett aus der Hand geraten. Deshalb nur ein Tipp. Frag nicht, was du für deine Gefühle tun kannst, sondern frag, was deine Gefühle für dich tun können. Damit meine ich, Gefühle sind ein nützlicher Knecht, aber ein tyrannischer Meister. Und sich in so wichtigen Dingen wie der Weltanschauung nur von seinen Gefühlen leiten zu lassen, ganz ehrlich, das ist gefährlich. Und eigentlich wissen wir das alle, weil wir fangen doch auch nicht alle an, Kokain zu schnupfen, nur weil sich das in dem Moment gut anfühlt. Und bei deiner Weltanschauung geht es doch um viel mehr als das. Da geht es darum, auf welcher Grundlage du dein gesamtes Leben und das deiner Familie ausrichtest. Bei Religionen geht es sogar um ein Leben nach dem Tod und um die Ewigkeit. Also das einfach zu verwetten, weil ich mich vorübergehend mal so oder so fühle, das macht keinen Sinn. Und das ist auch viel zu kurz gedacht. Warum? Weil stell dir einfach mal vor, der weischnavistische Hinduismus, der wäre wahr. Und du und ich, wir leben als Christen, wir trinken vielleicht mal ein Wein, wir essen vielleicht Rindfleisch. Weißt du, was dann ist? Dann kommen wir in die Nadaka, in die Hölle im Hinduismus. Also wenn das wahr wäre, hat das doch echte Auswirkungen. Oder stell dir vor, der wahre Gott wäre stattdessen die griechische Gottheit Hades oder Baal oder Moloch und du würdest als Buddhist leben. Auch das hätte schwerwiegende Konsequenzen. Du siehst also, das ist jetzt keine christliche oder westliche Frage. Das ist ein ganz grundsätzliches Thema. Welche Weltanschauung du wählst, das hat große Folgen, die viel größer sind, als dass du es einfach aus dem Bauch heraus entscheiden könntest. Und das Ding ist halt, worüber wir hier sprechen, sind eben nicht emotionale Fragen, sondern hier geht es um Sachthemen. Und das solltest du zum Beispiel deiner Schulklasse auch klar machen. Es geht bei einer Weltanschauung nicht darum, wie du dich fühlst, sondern was wahr ist. Und das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Beispiel Nummer 4 von 6 von Missverständnissen, die Leute vielleicht im Kopf haben, ist sowas wie, naja, man muss einfach nur glauben. Ja, das ist heutzutage in einigen Teilen der Welt ein weit verbreitetes Missverständnis, an dem wir Christen zum großen Teil mit schuld sind. In vielen europäischen Kirchen, vielen europäischen Gemeinden sprechen wir häufig von dem Glauben und dass wir glauben. Steht sogar in vielen deutschen Bibelübersetzungen. Das Problem dabei ist folgendes. Das Wort Glauben heißt in der deutschen Sprache, das heißt etwas für möglich und wahrscheinlich halten. Etwas für möglich und wahrscheinlich halten. Wie zum Beispiel, ich glaube, dass es morgen regnet. Ich halte es für möglich, ich halte es für wahrscheinlich, dass es morgen regnet. Ich vermute es, dass es morgen regnet. Das ist aber etwas völlig anderes, als das, was Jesus mit Glauben meint und was in den ursprünglichen christlichen Texten gemeint ist. Wovon die nämlich reden, ist, sich an Jesus festklammern für den Tag des jüngsten Gerichts. Das haben wir hier schon mal ausführlich sprachwissenschaftlich erklärt, habe ich dir unter diesem Video verlinkt. Und sobald du im Neuen Testament ein bisschen zu Hause bist, dann weißt du das auch. Nur Außenstehende verstehen das halt null, ist ja klar, weil der Begriff Glaube im heutigen Deutsch eben was ganz anderes heißt. Das kann ein Hinweis für uns Christen sein, dass wir mit so einem doppeldeutigen Begriffen vielleicht ein bisschen sparsamer umgehen sollten. Beispiel 5 von 6 von Missverständnissen, die Leute vielleicht im Kopf haben, ist sowas wie, glauben nicht alle Religionen dasselbe? Na, lass uns mal überlegen. Wer so etwas behauptet, der sagt ja damit, alle würden dasselbe glauben, die wissen es nur noch nicht. Das heißt, er sagt damit zum Beispiel, all die 10.000 muslimischen Duat, die Darwa betreiben, also eine Einladung zum Islam, die machen alle ihre Arbeit völlig umsonst und müssten eigentlich niemanden zum Islam einladen. Warum? Weil wenn alle sowieso schon das Gleiche glauben würden, dann wären sowieso schon alle Menschen auf der Welt Muslima, sie wüssten es nur nicht. Wer so etwas behauptet, der sagt damit auch, all die 10.000 Evangelisten weltweit, die zum Teil ihr Leben dafür einsetzen, Menschen für Jesus zu gewinnen, die verschwenden nur ihre Lebenszeit. Und wer so etwas behauptet, der sagt damit auch, jetzt kommt ein drastisches Beispiel, der sagt damit auch, die Christen, die wegen ihres Glaubens in nordkoreanischen Konzentrationslagern zu Tode gearbeitet werden, die machen das völlig umsonst. Wenn alle das Gleiche glauben, dann sind auch die inhaftierten Christen in Wahrheit doch schon längst Anhänger der nordkoreanischen Staatsreligion und damit völlig umsonst bestraft, sie wissen es nur nicht. Also das ist ein bisschen zynisch, oder? Und es ist auch ein Stück weit, entschuldige, uninformiert. Jemand, der so etwas behauptet, der sagt damit, ich weiß es besser, als die Gelehrten und die Evangelisten, die ihre eigenen Weltanschauungen jahrzehntelang studiert haben und deren heiligen Schriften teilweise auswendig kennen und die unter Einsatz ihres kompletten Lebens andere dafür gewinnen wollen, ich weiß es besser, als die alle haben es falsch verstanden, ich weiß es. Also du siehst schon, da haut wahrscheinlich was nicht ganz hin. Aber eigentlich ist es was Gutes, falls du jetzt einen Themenabend machst oder eine Andacht und dir jemand so etwas entgegnet. Warum? Warum? Weil so könnt ihr gleich über Inhalte sprechen und um die geht es ja. Und da gibt es tatsächlich enorme Unterschiede zwischen den Religionen. Zum Beispiel im Islam und im Christentum, da gibt es ein Beginn der Welt, dann gibt es ein Beginn des Lebens und dann gibt es ein Ende der Welt. Du hast also einen Zeitstrahl. Dagegen in Scientology und im Hinduismus, da glaubt man an die Wiedergeburt, also Samsara, das Rad der Wiedergeburt im Hinduismus und im Buddhismus glaubt man an Nirvana. Du siehst also schon, das kann ja nicht beides stimmen, das kann ja nicht gleichzeitig wahr sein. Also können ja die Religionen hier nicht das Gleiche sagen. Anderes Beispiel, laut Mormonismus, laut dem Mormonismus, könnten du und ich angeblich zu Gott werden. Die sogenannte Exaltation, die sogenannte Erhöhung. Das ist etwas, was im Christentum und im Islam vollkommen undenkbar ist. Das kann also nicht beides stimmen, das kann nicht gleichzeitig wahr sein. Also können die Religionen hier nicht das Gleiche sagen. Ein drittes Beispiel, Muslime glauben an ein jüngstes Gericht, den Jaum ad-Din, und dass man danach im Jenseits ist, entweder im Paradies, Janah, oder in der Hölle, Jahanah, und dass du maximal bis zu deinem letzten Atemzug darauf einwirken kannst, wo du im Jenseits hinkommst. Was ganz anderes dagegen ist die nicht-christliche Sekte der Zeugen Jehovas, deren weltweite Chefs, die sogenannte Wachtturm-Gesellschaft, die behaupten, die Guten werden irgendwann einmal nicht im Jenseits sein, nein, sondern ganz konkret und real diese Welcher beherrschen diesen Planeten. Sie behaupten auch, man könnte sich nach dem Tod bekehren, nach dem Tod, und wenn es überhaupt irgendeine Strafe geben würde, dann würden Sünder nach dem Tod einfach ausgelöscht. Also, du siehst schon, unterschiedlicher geht's kaum. Falls du mehr wissen möchtest über die Zeugen Jehovas, dann drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter diesem Video und schreib einen Kommentar, dann mache ich dir dazu einen eigenen Beitrag. Und schließlich sechster Einwand, sechstes Missverständnis, das kommen kann und auf das du vielleicht eingehen willst, bevor du deine Andacht-Themenreihe oder bevor du deine Unterrichtsstunde dazu beginnst, ist sowas wie, man kann's ja gar nicht wissen. Hm, ist das wirklich so? Es kann ja vielleicht sein, dass dein Gesprächspartner das gerade nicht weiß und das ist okay, aber zu sagen, dass kein Mensch von acht Milliarden Menschen, kein einziger von 8000 mal einer Million Menschen weiß, was die wahre Religion ist, Interessante Aussage, wenn du mal drüber nachdenkst. Eine kurze Geschichte, um das anschaulich zu machen. Vielleicht warst du schon mal in Heidelberg. Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt und in Heidelberg bin ich einmal auf den Hausberg gewandert, das ist der sogenannte Königsstuhl und da oben habe ich die fantastische Aussicht genossen. Aber wirklich hängen geblieben ist bei mir was ganz anderes. Am Aussichtspunkt lag nämlich ungefähr so ein halber Meter hoher, mehrere Meter langer, massiver Holzbalken auf dem Boden, wie so eine längliche Bank. Das hat bestimmt weit über eine Tonne gewogen. Und an der Seite von diesem großen, großen Holzklotze, ich jetzt mal stand sinngemäß, so viel Holz wächst im Heidelberger Odenwald in einer Minute. Und ich so, was? Das kann gar nicht sein. So ein massiver Holzbalken in einer Minute, das wäre ja jede Sekunde, das wäre ja deutlich mehr als ein Kilogramm. Da könntest du ja live zugucken, wie das vor deinen Augen wächst. Also ich konnte das überhaupt nicht glauben. Das war für mich völlig unvorstellbar. Ich dachte natürlich, bescheiden wie ich bin, na, da haben sich bestimmt die Leute, die die Aufschrift drauf gemacht haben, die haben sich wahrscheinlich vertan. Aber dann wurde mir beim Abstieg klar, dass ich einfach noch nie darüber nachgedacht hatte und ehrlicherweise auch gar keine Ahnung hatte, wie schnell eigentlich ein Baum wächst oder wie viele Bäume es in den Wäldern von Heidelberg gibt. Und einfach, weil ich vieles nicht wusste, habe ich Dinge ausgeschlossen, die absolut möglich waren und absolut sind. Und bis heute weiß ich nicht, wie viele Bäume es im Heidelberger Odenwald gibt. Ich weiß auch nicht, wie viele Sandkörner es auf Sylt gibt oder Ammo. Oder wie viele Haare es im Fälle von einem australischen Schnabeltier gibt. Oder wie viele Plastikflaschen der Yangtze-Kyang täglich in das ostchinesische Meer reinspült. Das weiß ich alles nicht. Nehmen wir aber mal an, deine Schüler, nehmen wir mal an, deine Gemeinde, die wüssten all das. Nehmen wir einfach mal an, sie wüssten ein unglaubliches 1% von allem, was es auf der Welt zu wissen gibt. Selbst wenn sie 1% wüssten, ist es dann absurd. Ist es dann vollkommen restlos und bodenlos absurd zu denken, dass es in den 99%, die sie nicht wissen, dass es dort belastbare Hinweise darauf geben könnte, welche Religion denn die wahre ist. Das heißt, du siehst, das hat mit Logik nicht so viel zu tun. Das ist eher so eine Reflexsache, die eher aus der Emotion rauskommt. Okay, das waren jetzt sechs Beispiele von Vorurteilen und Missverständnissen, die wahrscheinlich bei Leuten im Kopf sind. Und du siehst, es geht erstmal darum, dass deine Teilnehmer lernen, nicht sachliche Reflexe wie emotionale Floskeln abzulegen. Und dass wir uns richtig verstehen. Ich sage damit nicht, dass Emotionen schlecht sind oder so etwas. Es ist nur folgendes, es ist wie bei einem Hammer. Du kannst einen Hammer für etwas Gutes nutzen, einen Nagel in die Wand schlagen, oder du kannst einen Hammer nutzen, um jemanden auf den Kopf zu schlagen und jemanden zu verletzen. Du musst nur gucken, wofür ist ein Hammer gut geeignet und wofür ist er nicht gut geeignet. Und wer versucht, seine ganze Welt nur auf Grundlage von Emotionen zu klären, naja, bei dem trifft dieses Sprichwort zu, wo man sagt, wer nur einen Hammer hat, für den sieht die Welt aus wie ein Nagel. Der kommt schnell nicht weiter. Und das ist an dich, glaube ich, deine erste Aufgabe, wenn du einen Workshop, eine Unterrichtseinheit, eine Predigtreihe oder irgendetwas zu dem Thema machst. Deine erste Aufgabe ist, hilf deinen Teilnehmern, hilf deinen Zuschauern, hilf deinen Zuhörern, hilf deiner Gemeinde, hilf deinen Angehörigen und Nachbarn, wie sie überhaupt erst mal klar über das Problem denken können. Und das gilt auch für eher emotionale Reflexe. So was wie, wenn jemand sagt, es kann doch nicht sein, dass alle Menschen falsch liegen. Naja, es ist vielleicht nicht wahrscheinlich, aber logisch möglich, es ist allemal. Um das mal logisch klarzustellen, eine große Anzahl von Menschen wird in der Frage der Religion, die würde am Ende doch falsch liegen. Egal, welche Religion es am Ende ist. Und umgekehrt, wenn es überhaupt irgendeine wahre Religion gibt, dann wird es doch Menschen geben, die dort hineingeboren sind, die so aufgewachsen sind und dieser Religion jetzt angehören. Egal, welches es ist, das wird definitiv der Fall sein. Also du siehst schon, solche emotionalen Schnellschüsse, die können hier uns schnell in die Irre führen, weil es geht ja nicht um emotionale Fragen in der Innenwelt, sondern es geht um Sachfragen in der Außenwelt. Ich wiederhole nochmal, es geht nicht um emotionale Fragen in der Innenwelt, das ist hier nicht das Thema, es geht um Sachfragen in der Außenwelt. Und dafür konzentrieren wir uns in diesem Beitrag auf die vier größten Weltanschauungen. Den Buddhismus, den Hinduismus, den Islam und das Christentum. Und du wirst auch sehen, warum genau diese und vor allem zeige ich dir am Ende, wieso du nicht jede Religion einzeln durchgehen musst. Diesen Beitrag hier, den haben sich viele gewünscht. Wir werden zwischendurch eine ganze Reihe von Beispielen haben. Ich werde auch ein paar konkrete Begebenheiten erzählen, um das aufzulockern und um es für dich möglichst anschaulich zu machen, sodass jeder ohne Vorwissen folgen kann. Deshalb ganz grundsätzlich, welche Weltanschauung die wahre ist, das ist keine emotionale Frage in der Innenwelt, sondern das ist eine Sachfrage in der Außenwelt. Das heißt, was ist denn jetzt ein sinnvoller Maßstab, um das alles zu beurteilen? Denen, die noch in der Schule sind, denen sollte das leicht fallen. Der entscheidende Maßstab lautet, ist das sachlich falsch? Ja, ist das sachlich falsch? Das ist der entscheidende Maßstab, mit dem du deinen Zuhörern und deiner Gruppe helfen kannst, das zu beurteilen, nämlich sie sollen gucken, ob du etwas Grundfalsches sagst. Ja, es geht um die Wahrheitsfrage. Eine Frage, die du deiner Gruppe stellen kannst, ist, wenn das Christentum nicht wahr wäre, würdest du Christ bleiben? Also nochmal, wenn das Christentum nicht wahr wäre, würdest du Christ bleiben? Ich hoffe nicht. Warum? Weil du dir sonst selbst in die Tasche lügst. Es wäre maximal inauthentisch. Und zweitens, weil der Preis des Christseins ist eigentlich zu hoch. Wurde ich schon mehrfach gefragt, was kostet es eigentlich, Christ zu sein? Weil du dazu mal ein eigenes Video sehen möchtest, dann drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter dem Video und schreib einen Kommentar. So, welche Religion ist jetzt die richtige? Welche Weltanschauung ist wahr? Dafür zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt sechs Schritte, ja, also sechs Hauptteile hat dieser Beitrag, sechs Schritte, die du zum Beispiel als Themenabende, zum Beispiel, oder als Predigtreihe, die du mit deiner Gemeinde und Gruppe durchgehen kannst. Ja, und ich zeige dir zu jedem Schritt, worauf du achten kannst, um es für dich leichter zu machen und wie du häufige Rückfragen beantwortest. Okay? Gut. Ich höre ein, ja, wir sind bereit. Also, wir fangen mal doch mal ganz vorne an. Gibt es denn überhaupt so etwas wie Wahrheit? Weil wenn es schon ganz grundsätzlich keine Wahrheit gäbe, dann kann es ja logischerweise auch keine wahre Religion geben. Ja, also ich wiederhole nochmal, wenn es keine Wahrheit gäbe, dann könnte es ja auch keine wahre Religion geben. Du siehst also, wir müssen erst mal klären, ob es Wahrheit gibt und da hängt auch einiges dran. Einheit 1 von 6 in deiner Predigtreihe, in deiner Unterrichtsvorbereitung oder wie immer du es machen willst, in deinem Hauskreis, in deinen Themenabenden, Einheit 1 von 6, gibt es Wahrheit. Gibt es Wahrheit. Inzwischen ist es in Mode gekommen, dass manche Leute solche Phrasen und Plattitüden um sich schmeißen, sowas wie es gibt gar keine Wahrheit. Interessanterweise sagen sie das häufig nur, sobald Dinge gesagt werden, die ihnen nicht gefallen. Ja? Ich habe niemals jemanden gehört, dem jemand sagt, ich liebe dich und danach sagt, es gibt überhaupt keine Wahrheit und so weiter. Das machen normalerweise gesunde Menschen, die machen so etwas nicht. Deshalb kann es sinnvoll sein und so habe ich es auch gemacht und ich habe es nie bereut, dass du am Anfang ein für alle Mal klarstellst, warum es Wahrheit gibt. So machst du dir das selbst, das Leben leichter und du schaffst dann mehr Klarheit für deine Teilnehmer. Also erste inhaltliche Frage, die ich dir empfehle, an deinem Themenabend und an deiner Unterrichtsstunde zu klären. Gibt es Wahrheit und was ist denn Wahrheit überhaupt? Also der Begriff Wahrheit ist ein deutsches Wort, also Teil der deutschen Sprache und Teil des deutschen Wortschatzes. Wie finden wir jetzt raus, was ein deutsches Wort bedeutet? Dafür kannst du zum Beispiel in der Schule oder in Jugendstunden kannst du mit deinen Jugendlichen den Duden aufschlagen. Ja? Ich bin damals erst im Teenager-Alter nach Deutschland gekommen und ich habe den Duden tatsächlich sehr schätzen gelernt. Damals dachte ich auch nicht, dass ich mal eine Sprachwissenschaftlerin heiraten würde, die den Duden noch mehr liebt als ich. Aber okay. Und seit über 100 Jahren ist der Duden das Standardwerk und das verbindliche Regelwerk für die deutsche Sprache überhaupt. Mit 148.000 Einträgen. Das heißt also, wer wissen möchte, was ein bestimmtes deutsches Wort bedeutet und wie man es richtig benutzt, der schlägt den Duden auf. Was ist also Wahrheit? Dafür kannst du mit deinen Jugendlichen zum Beispiel den Duden aufschlagen beim Wort Wahrheit. Und da findest du klipp und klar erklärt und direkt auf den Punkt gebracht, was Wahrheit ist. Dort steht ganz gerade aus, Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Nochmal. Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Das heißt ganz anschaulich, jemand redet über eine Sache und solange das, was er über die Sache sagt, übereinstimmt mit dem, wie die Sache ist, dann ist es wahr. Solange er die Sache so beschreibt, wie sie wirklich ist. Also ein einfaches Beispiel. Ich mache eine Aussage, zum Beispiel, dieses Buch hier hat mehr als 300 Seiten. Wenn das Buch wirklich mehr als 300 Seiten hat, dann stimmt meine Aussage, dann ist es eine wahre Aussage über dieses Buch, dann ist die Aussage wahr und richtig. Wenn das Buch aber nicht mehr als 300 Seiten hat, dann stimmt meine Aussage nicht. Dann wäre es eine unwahre Aussage über das Buch und sie wäre falsch. Das heißt zusammengefasst, deine Aussagen sind dann wahr und du sprichst dann die Wahrheit, solange die Sachen wirklich so sind, wie du das sagst. Dann ist das, was du sagst, richtig und wahr. Okay, jetzt wissen wir, was Wahrheit ist. Das bringt uns zur nächsten Stufe, nämlich der Frage, gibt es überhaupt Wahrheit an sich oder gibt es nur so etwas wie deine Wahrheit und meine Wahrheit, also keine Wahrheit an sich und die korrekte Antwort heißt, ja, es gibt wirklich Wahrheit an sich, unabhängig von Personen, unabhängig von Befindlichkeiten, unabhängig von Gefühlen. Es gibt Dinge, die sind tatsächlich wahr und selbst wenn du und ich uns auf den Kopf stellen würden, es gibt Wahrheit an sich und das kannst du auf drei verschiedenen Wegen nachweisen. Du kannst es auch ganz gründlich und ausführlich machen, aber wir machen jetzt mal nur den schnelleren Weg, weil wir heute noch andere Themen und auch ernstzunehmendere Themen haben. Also, der schnelle Weg, den du mit deinen Zuhörern machen kannst, mit deiner Gemeinde oder mit deinen Workshop-Teilnehmern, ist so und für diejenigen, die nicht Philosophie oder Informatik studiert haben, mach das mal am besten schrittweise, also ein bisschen langsamer, als ich das jetzt vormache, damit sich da jeder reindenken und das folgen kann. Also, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt echte Wahrheit an sich, ja oder nein. Ich sage zum Beispiel, es gibt Wahrheit. In dem Moment, wo ich sage, es gibt Wahrheit und das stimmt, dann ist die Schlussfolgerung, es gibt Wahrheit. Wahnsinn. Genial. Dann gibt es auch einzelne Leute, die behaupten, es gäbe angeblich keine Wahrheit. Okay. Wenn es keine Wahrheit gäbe, könnten dann Dinge überhaupt noch wahr sein? Könnten dann selbst sprachliche Sätze noch wahr sein? Nein, natürlich nicht. Dann gäbe es doch keine wahren Sätze. Es gäbe keinen einzigen wahren Satz auf der Welt, der wahr wäre. Okay. Wäre dieser Satz dann hier wahr, es gibt keine Wahrheit? Also nochmal ausbuchstabiert. Wenn es überhaupt keine wahren Sätze auf der Welt gibt, ist dann der Satz, es gibt keine Wahrheit, ist dieser Satz dann selbst noch wahr? Ich wiederhole nochmal. Wenn es keinen einzigen wahren Satz auf der Welt gibt, ist dann der Satz, es gibt keine Wahrheit, ist dieser Satz dann selbst noch wahr? Und die Antwort ist nein, der Satz wäre nicht wahr, der Satz wäre falsch, der wäre eine Falschaussage. Heißt in beiden Fällen, wie du es auch drehst und wendest, es gibt Wahrheit. So, jetzt hast du einen Trick für die nächste Gemeindefreizeit. Wie gesagt, das ist keine Rhetorik, das ist ganz einfache Logik. Nur die meisten Menschen, die dir emotionale Plattitüden und Modeaussagen um sich werfen, die denken es halt häufig nicht zu Ende. Und wie gesagt, es gibt noch zwei weitere Wege, wie du das nachweisen kannst, dass es Wahrheit gibt, das ist jetzt nur der einfachste und unkomplizierteste. Okay, dann kannst du das also mit deinen Jugendlichen, mit deiner Gruppe auch ein bisschen einüben, damit sich das festigt. Zum Beispiel, das heißt also, diese Redewendung von war für dich, aber nicht war für mich, so eine Redewendung, die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das sind einfach nur Worte, die irgendwie nebeneinander gestellt sind, sowas wie kaltes Feuer oder trockenes Wasser oder rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Das sind einfach nur Worte nebeneinander gestellt, die haben überhaupt keinen Inhalt. Das ist, als ob du sagst, nachts ist es kälter als draußen. Entweder etwas ist wahr, dann ist es wahr für dich und für mich oder etwas ist nicht wahr, dann ist es nicht wahr für dich und auch nicht wahr für mich. Aber es gibt gar nicht so etwas wie deine Wahrheit und meine Wahrheit. Das gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur die Wahrheit und vielleicht deine oder meine Meinung dazu. Das ist aber eine andere Frage. Und das kannst du zum Beispiel mit deiner Schulklasse auch einüben. Zum Beispiel, jemand behauptet, es gibt keine Wahrheit. Was kannst du dann antworten? Du kannst sowas antworten wie, ist dieser Satz, es gibt keine Wahrheit, ist der selbst wahr. Oder jemand sagt sowas wie, naja, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Ist das absolut wahr? Weil wenn ja, dann ist der Satz natürlich auch absolut wahr und damit falsch und dann gibt es wieder absolute Wahrheiten. Oder jemand kommt und sagt sowas wie, es gibt keine metaphysischen, keine weltanschaulichen Sicherheiten. Da könntest du sowas zurückfragen wie sicher, weil dieser Satz ist ja selbst eine Aussage über Weltanschauung, selbst eine Aussage über Metaphysisches. Oder jemand kommt und sagt, alles ist relativ. Also mal abgesehen davon, dass alles ein absolutes Wort ist und kein relatives Wort, aber wenn jemand sagt, alles ist relativ, könntest du auch fragen, naja, ist diese Aussage auch relativ? Wenn ja, muss ich sie nicht wirklich ernst nehmen. Oder jemand kommt und sagt, ja, jede Ansicht ist gleich viel wert. Den kannst du ja zurückfragen und fragen, naja, ist meine Ansicht, dass deine nicht so viel wert ist, ist die auch gleich viel wert? Oder wieder das Gleiche mit jemandem kommt und sagt, das ist nur wahr für dich, nicht wahr für mich. Kannst du wieder fragen, ist das auch nur wahr für dich, nicht wahr für mich? Und mit deine und meine Wahrheit, das haben wir gerade schon geklärt. Also es gibt, ja, es gibt nicht deine und meine Wahrheit, es gibt nur die Wahrheit und vielleicht deine und meine Meinung dazu. Das heißt, es gibt Wahrheit, es gibt echte, objektive, harte Wahrheit. Zusammengefasst, es gibt Wahrheit, Dinge sind nicht wahr, weil jemand daran glaubt. Und Dinge sind auch nicht falsch, weil jemand daran glaubt. Es gibt einfach Dinge, die sind wahr. Unabhängig davon, wie viele Menschen daran glauben oder ob überhaupt irgendjemand daran glaubt. Wahrheit ist nicht auf deine und meine Zustimmung angewiesen. Ja, also zusammengefasst, Wahrheit, das ist kein theoretisches, kein abstraktes Konzept, 30 Kilometer über den Wolken. Nein, sondern Wahrheit ist tatsächlich komplett real. Sie ist so echt wie Schwerkraft, sie ist so echt wie Sonnenstrahlen, sie ist so echt wie Verkehrslärm, sie ist so echt wie Wärme und sie ist so echt wie Regen. Wahrheit ist echt und Wahrheit ist real. Soweit so gut. Also du siehst, damit haben wir jetzt eine starke und wichtige Basis. Es gibt echte Wahrheit. Ob du das dann mit deiner Gruppe im echten Leben im Detail so durchexerzierst, wie ich es gerade angedeutet habe oder nicht, das musst du selbst entscheiden. Das hängt natürlich von der Gruppe ab. Falls du das machen willst, wir haben dafür ein paar Arbeitsblätter mit lustigen Übungsaufgaben erstellt, die ich auch in der Praxis verwende. Das habe ich gerade dieses Wochenende wieder gemacht mit einer Gemeinde. Wir hatten viel Spaß dabei. Findest du alles direkt unter diesem Video hier verlinkt und das ist alles gratis. Okay, wenn deine Gruppe das verstanden hat oder noch besser, es war vielleicht von Anfang an gar nicht unklar, dass es Wahrheit gibt, umso besser, ja. Dann sind sie jetzt bereit für Frage 2 bei der Suche nach der wahren Religion. Nämlich, es gibt Wahrheit, aber können du und ich als Menschen, können wir denn überhaupt Wahrheit erkennen? So, Einheit 2 von 6 für deine Predigtreihe, für deine Andacht, für deinen Themenabend, wie auch immer du es machen willst. Können wir als Menschen überhaupt Wahrheit erkennen? So, dir diese Frage zu stellen, das ist für den ein oder anderen, der vielleicht eher ein Praktiker ist, eher ein Anpacker, eher ein Zupacker, das ist vielleicht für den etwas ungewohnt. Deswegen musst du dir als Prediger oder als Religionslehrerin oder als Großeltern oder wer du auch bist, ja, deshalb musst du dir bei der Stelle ein bisschen mehr Mühe geben, das ganz einfach auf verschiedene Weisen zu erklären, damit die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und auch die verschiedenen Altersgruppen hier einen guten Zugang finden, ja. Da gibt es mehrere Wege, die nach Rom führen. Zum Inhalt. Vielleicht hast du schon mal in deiner Schulklasse oder in deiner Familie sowas gehört wie, naja, wir Menschen, wir können ja gar nicht erkennen, was wahr ist. Oder wir Menschen, wir können ja gar nicht wissen, wie die Welt wirklich ist. Oder sowas wie, wir Menschen, wir leben doch nur in einer Scheinwelt. Da lohnt es sich jetzt anzusetzen. Damit sind wir nämlich schon ein gutes Stück weiter, ja. Jetzt haben sie nämlich schon eingesehen und akzeptiert, dass es echte und reale Wahrheit gibt. Aber vielleicht spukt bei Ihnen noch irgendwo im Hinterkopf rum, das hilft mir ja nicht viel, solange ich Wahrheit nicht erkennen kann. Woher weiß ich dann jetzt, ob die Wahrheit echt ist, ja. Woher weiß ich denn, dass wir nicht alles nur zum Schein erleben und dass wir nicht in einer Illusion gefangen sind. Hinter Thema 2 steckt jetzt also, ist unsere Welt denn überhaupt real? Ist das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, tasten, erkennen können, das, was wir hören, anfassen, schmecken, riechen können, ist das überhaupt echt? Oder ist das eine Illusion? Weil wenn es eine Illusion wäre, was es nicht ist, dann könnten wir von der echten Welt und von der Realität ja gar nichts erkennen, gar nichts Wahres erkennen. Aber wenn das, was gesunde Menschen, es gibt immer Einschränkungen, ist klar, wenn das, was gesunde Menschen mit gesunden fünf Sinnen wahrnehmen und erkennen können, wenn das real ist und wenn das wahr ist, dann können wir Menschen auch Wahrheit erkennen. Und das ist unsere Frage. Existiert die Welt um uns herum, wie wir sie mit unseren Sinnen wahrnehmen, existiert die wirklich? Falls du das ansprechen möchtest, würde ich mir überlegen, ob sich das lohnt oder aber, falls diese Frage wirklich aus dem Publikum kommt, das hatte ich erst im November, dann würde ich an deiner Stelle hier in dieser Themenreihe ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und ich würde es versuchen, mit den Leuten schrittweise durchzugehen. Du kannst ihnen so etwas erklären, wie zum Beispiel, guck mal, du bist derjenige, der die Welt wahrnimmt? Also gibt es doch schon mal Bewusstsein und es gibt zumindest dich schon mal in echt, weil du ja derjenige bist, der es wahrnimmt. Aber was ist mit der äußeren Welt um ihn herum? Ist die jetzt auch echt? Dazu reales Beispiel von mir, als ich letzten November in einer tollen Gemeinde zu Besuch war, ihr wisst, wer ihr seid, und wir abends einen Input hatten für ungefähr 100 Jugendliche, waren vielleicht auch 80, da kam einer von ihnen mit seiner kleinen Gang, ja, die Klammern hatten auf mich zu, und er wollte mir mit völliger Überzeugung glaubhaft machen, dass wir alle nur in einer Simulation leben, ja, wie in einem Computerspiel, dass er der Einzige mit einem echten Bewusstsein ist und wir alle anderen wir sind nur animierte Teile von einer Simulation in seinem Kopf, ja. Frage an dich, was hättest du jetzt dem Jugendlichen und seiner Gang geantwortet, ja. War übrigens ganz nett. Aber vielleicht verinnert dich das so ein bisschen an den Film Die Matrix aus den frühen 2000er Jahren, ja. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Film nicht mit meiner Jugendgruppe gucken, weil der echt zu gewalttätig ist, aber die Geschichte von dem Film Die Matrix, die hat was. Da geht es unter anderem darum, dass die Menschen in Wahrheit gar nicht in der echten Welt leben, sondern in einer Simulation, die böse Computer aufgebaut haben, um die Menschen einzusperren, aber die meisten Menschen wissen es nicht. Und da gibt es auch Charaktere, die nicht echt sind, sondern Teil von dieser Simulation. Und dann gibt es einen Erlöser der Menschheit, der sterben und auferstehen muss, damit Menschen aus der Sklaverei des Bösen befreit werden können. Hm, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Aber zurück zu der Gemeinde. Dieser Jugendliche, der das behauptet hat, ja, ich glaube, der wollte in dem Moment hauptsächlich Aufmerksamkeit und so waren wir alle mal drauf. Das ist okay. Aber es gibt manchmal, sehr selten, da gibt es Menschen, die das wirklich glauben. Die wirklich glauben, nur ich existiere, ja, und alle anderen, die sind nur Simulation, die sind nur meine Einbildungen, die gibt es gar nicht wirklich. Und das ist dramatisch, weil eine Situation, wo du so etwas finden kannst, ist in Tagebüchern und in Bekennerschreiben von Selbstmordattentätern. Eine solche Einstellung, die kannst du leider tatsächlich finden bei Amokläufern und bei Menschen, die in Schulen und Kindergärten gehen und dort unaussprechliche Massaker anrichten. Ich sage das mit einem gewissen Ernst, ja, weil was als harmloses Gedankenexperiment in irgendeinem Internetforum anfängt, das kann in extremen Fällen unglaublich ernste Auswirkungen haben. Also stell dir vor, einer deiner Jugendlichen meldet sich und behauptet sowas wie, nur ich existiere, ihr alle anderen, ihr seid nur meine Tagträume und Traumen halte, nur mein Bewusstsein ist es, das die Wahrheit erzeugt. Wie antwortest du ihm drauf? Also du hast mindestens zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der lange Weg. Ihr alle anderen im Raum, ihr wartet so einfach um die 80, 90 Jahre, dann ist derjenige gestorben, hoffentlich als wiedergeborener Christ und hoffentlich eines natürlichen und friedlichen Todes. Derjenige ist dann tot, auch hirntot und er hat dann kein Bewusstsein mehr. Wenn ihr alle anderen nur seine Tagträume wärt, ja, und seine Trauminhalte, dann müsstet ihr ja zusammen mit seinem Bewusstsein erlischen, ja. Sobald er tot ist, ist ausgeträumt und ihr alle verpufft, richtig, ja. So wäre das, wenn der Jugendliche Recht hätte, ja, weil dann wärt ihr ja alle seine Trauminhalte und ihr könntet nicht unabhängig von ihm existieren, sondern ihr werdet darauf angewiesen, dass er weiter träumt und sobald er aufhört zu träumen, seid ihr weg. Richtig? Das heißt also, sobald er tot oder hirntot ist und ihr seht, dass ihr weiterlebt und dass ihr weiter existiert, dann wisst ihr sofort, oh, wir sind nicht von ihm und seinen Träumen abhängig, wir existieren ja unabhängig von ihm, wir leben obwohl er tot ist, dann können wir ja gar nicht seine Bewusstseinsinhalte sein, dann können wir ja gar nicht Inhalte von seinem Tagtraum sein. Das ist jetzt das Einfachste. Ihr wartet bis derjenige tot ist, ja, weil dann wissen alle, die weiterleben, dass sie ohne ihn leben und dann nicht nur Einbildungen von seinem Bewusstsein waren. Könnt ihr machen. Das funktioniert und ist auch logisch plausibel. Der einzige Haken ist nur, das ist ein bisschen weltfremd, weil dieser Weg, der dauert geschlagene 80 bis 90 Jahre und vor allem, das hilft dem Typen, der das behauptet, das hilft dem auch nicht mehr und du willst ihn ja wahrscheinlich zu seinen Lebzeiten überzeugen, oder? Aber wir haben Glück. Es gibt nämlich eine zweite Möglichkeit, wie du das widerlegen kannst und den Jugendlichen überzeugen kannst, der dir gegenüber sowas behauptet. Und was jetzt kommt, ist auch das Komplizierteste, was wir im ganzen heutigen Video machen. Das heißt, danach wird es deutlich einfacher, wenn du das, was wir jetzt also machen, auf Anhieb verstehst und verstehen willst, vielleicht interessiert es dich ja nicht, aber wenn du es auf Anhieb verstehst, dann Respekt. Da kriegst du die offizielle Bibelfit-Verdienstmedaille. Die zweite Möglichkeit, mit der du das logisch beweisen kannst, jetzt erstmal ein bisschen technisch ausgedrückt, dass Wahrheit unabhängig vom menschlichen Bewusstsein ist. Denjenigen, der behauptet, nur er allein würde existieren und seine eigenen Bewusstseinsinhalte, nur die wären wahr, alles andere wäre nur Schein und Illusion, den kannst du folgendes zurückfragen. Die Behauptung, es gibt keine Menschen auf der Erde, weil diese Behauptung war, bevor es Menschen gab. Also nochmal, die Behauptung, es gibt keine Menschen auf der Erde, weil diese Behauptung war, bevor es Menschen gab. Buchstabieren wir das mal ganz kurz durch und wie gesagt, hier unten sind auch die Timestamps entsprechend bei YouTube verlinkt. Das heißt, falls du es nicht brauchst, spule einfach zum nächsten Kapitel weiter, ist gar kein Problem. Wir können trotzdem Freunde bleiben. Ich buchstabiere es mal ganz kurz für die Leute aus, die es vielleicht irgendwann mal brauchen. Stell dir einfach vor, jemand behauptet, dass diese Aussage falsch wäre. Dann müsste er das Gegenteil behaupten. Also nicht, es gibt keine Menschen auf der Erde, sondern es gibt nicht keine Menschen auf der Erde. Und nicht keine Menschen heißt, es gab Menschen. Dann behauptet derjenige aber inhaltlich, dann behauptet er sinngemäß, die Aussage, es gab Menschen auf der Erde, die trifft zu, bevor es Menschen gab. Also nochmal, er behauptet damit, die Aussage, es gab Menschen auf der Erde, die trifft zu, bevor es Menschen gab. Jetzt hat derjenige ein Problem. Er sagt damit sinngemäß, zu einer Zeit, wo es noch keine Menschen gab, gab es Menschen. Also zu einer Zeit, wo es noch keine Menschen gab, gab es Menschen. Du siehst also schon, diese Aussage widerspricht sich. Das ist eine selbstwidersprüchliche Aussage. Also letztes Mal auf Deutsch, was wir gerade gelernt haben, ist folgendes. Wir haben gelernt, die Aussage, es gab keine Menschen auf der Erde, diese Aussage, die war damals wirklich wahr, schon bevor es den ersten Menschen jemals gegeben hat. Das heißt, es gab schon echte Wahrheit, bevor es Menschen gab. Und das heißt, Wahrheit ist nicht von Menschen abhängig. Also sind es nicht Menschen, die Wahrheit erzeugen, oder menschliches Bewusstsein, dass sich Wahrheit einbildet oder erträumt. Nein, sondern Wahrheit gibt es und das sogar unabhängig vom Menschen. Wahrheit ist kein Schein, sie ist keine Einbildung deines Bewusstseins und sie ist keine Illusion deiner Innenwelt, sondern die Außenwelt ist wirklich real. Wenn es eine Illusion wäre, dann könnten wir von der echten Welt und von der Realität nichts Wahres erkennen. Aber weil das, was gesunde Menschen mit gesunden fünf Sinnen wahrnehmen und erkennen können, weil das wirklich real und wahr ist, deshalb können wir Menschen Wahrheit erkennen. Wahrheit ist ein realer Teil der äußeren Welt. Außerhalb von Menschen und ein gesunder Mensch kann die äußere Welt erfassen und Wahrheit erkennen. Puh. Wie gesagt, ob du das jetzt in jeder Jugendstunde und in jeder Gemeindefreizeit in epischer Breite wirklich auspacken willst, ist ein ganz anderes Thema. Aber jetzt hast du zumindest mal einen Ort, wo du es selbst nachvollziehen kannst und vor allem, du musst nicht alles wissen, du musst ja nur wissen, wo es steht. Also genug Philosophie für heute, versprochen. Wir gehen jetzt weiter und wir werden jetzt immer konkreter. Es wird jetzt immer greifbarer und es wird auch einfacher. Du hast das Schwerste überstanden. Also es gibt Wahrheit und Wahrheit ist erkennbar. Die äußere Welt, die ist echt und real. Und jetzt sind wir nämlich bereit für die äußerst spannende Testfrage Nummer 3, nämlich, gibt es auch Übernatürliches? Einheit 3 von 6, ja, also merkst, es wird wärmer. Einheit 3 von 6, deiner möglichen Predigt oder Andachtreihe, deiner möglichen Unterrichtsstunden, gibt es Übernatürliches? Eben haben wir ganz viel komplexe Logik gemacht, das war sehr abstrakt. Deswegen will ich dir jetzt kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Ich, Markus, ich komme aus einer Familie von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Mein Papa, der war Dozent für Physik mit mehreren Doktortiteln und mehreren Patenten für bestimmte chemische Verbindungen, die er mit kreiert hat. Als ich mich damals als junger Mann mit Religion beschäftigt hatte und mich sogar schließlich auf das Christentum festgelegt und zum Christentum bekehrt hatte und mich da hab taufen lassen und meiner ersten Gemeinde beigetreten bin, naja, also das war in der Familie damals, das war nicht so ganz einfach. Und als ich dann nach dem Abitur gesagt habe, dass ich Theologie studieren möchte und in der Kirche arbeiten möchte, da ist mein Papa ganz schön an die Decke gegangen. Das war emotional nicht so leicht. Wir waren damals auf einer langen Autobahnfahrt oder so, es war schon Abi-Zeit und alles und ja, da hatte mein Papa einfach gefragt, sowas wie, ja, Markus, was willst du denn jetzt eigentlich machen, was ist denn jetzt die finale Entscheidung, was nach dem Abi kommt? Und meine Mama guckte mich schon an, weil die wusste schon, was jetzt kommen wird und da habe ich gesagt, naja, ich will halt Theologie studieren. Und da hat er tatsächlich, also ungelogen, keine Übertreibung, hat er tatsächlich auf der Autobahn direkt auf den Seitenstreifen raus in eine Vollbremse gemacht und mir erstmal eine lange Predigt gehalten nach dem Motto, wenn ich schon ein Chemiker werde, dann soll ich doch wenigstens Ingenieur werden, Informatiker oder Betriebswirt und so weiter. Also da hat es echt ganz schön gekracht, ja. Ich bin dann später tatsächlich in die Wirtschaft gegangen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Warum erzähle ich dir das? Ein Grund dafür war, dass meine Familie, große Teile meiner Familie, die hatten die Einstellung, dass nur das real ist, dass nur das echt ist, was sich zählen lässt, was sich messen lässt, was sich wiegen lässt. Sie dachten, es ist nur das war, was naturwissenschaftlich erfassbar ist und naturwissenschaftlich beweisbar. Naja, jedenfalls nach diesem Streit war das dann so, eines Abends habe ich meinem Papa dann folgendes erklärt. Und siehe da, das, was ich ihm erklärt habe, das sage ich dir jetzt auch, das hatte er verstanden und am Ende hat er dem sogar zugestimmt und dem mehr oder weniger sein Segen gegeben, ja. Und das Gleiche, was ich meinem Papa damals erklärt habe, das kannst du auch du deiner Schulklasse und deiner Gemeinde erklären, nämlich folgendes. Was genau sind Naturwissenschaften? Ja, da kannst du wieder in den Duden schauen unter Wissenschaft und Natur und da wird erklärt, was Naturwissenschaften sind, nämlich zusammengefasst, forschende Tätigkeiten über ein bestimmtes Gebiet von Erscheinungen, die ohne Zutun des Menschen existieren oder sich entwickeln. Also nochmal, forschende Tätigkeit über ein bestimmtes Gebiet von Erscheinungen, die ohne Zutun des Menschen existieren oder sich entwickeln. Halte das mal so halbwegs vor Augen und du ahnst vielleicht schon, dass Naturwissenschaften nur einen bestimmten Abschnitt der Realität überhaupt erst erfassen können und wollen. Nur zwei Beispiele, mit denen du so forst siehst, dass es deutlich mehr Wissenschaften gibt als Naturwissenschaften und dass die Wirklichkeit viel größer ist als das, was Naturwissenschaften erfassen können. Zum Beispiel genau die Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaftswissenschaften sind für unseren Alltag richtig wichtig. Wirtschaftswissenschaften erfassen wirtschaftliche Zusammenhänge, also etwas, was mit dem Zutun von Menschen existiert und mit dem Zutun von Menschen sich entwickelt. Und bei Wirtschaftswissenschaften lässt sich sehr wohl richtig und falsch unterscheiden, obwohl sie mit Naturwissenschaften nichts zu tun haben. Oder Beispiel zwei, die Geschichtswissenschaften und Archäologiewissenschaften. Die beide untersuchen die Vergangenheit von einzelnen Menschen oder Gruppen von Menschen. Auch hier lässt sich sehr, sehr häufig richtig und falsch unterscheiden. Zum Beispiel, jemand kommt und will dir gegenüber behaupten, Napoleon Bonaparte hätte im Mittelalter in Australien gelebt. Dann ist das einfach eine Archäologie- und geschichtswissenschaftlich falsche Behauptung. Und das lässt sich gründlich beweisen, gründlich widerlegen. Auch Geschichtswissenschaften, auch da, da lässt sich sehr wohl richtig und falsch unterscheiden, obwohl sie wieder mit Naturwissenschaften nichts zu tun haben. Dazu kommen auch so Sachen wie ethische Wahrheiten, sowas wie Rache, Mut, Vergebung, Treue, Gerechtigkeit. Also Dinge, die wirklich real sind, auf denen zu Recht beinahe jede Zivilisation der Menschheitsgeschichte aufgebaut ist. Aber, nochmal, für diese Naturwissenschaften einfach das falsche Instrument, um die zu erfassen. Das ist alles mal zusammengefasst, ein Stück weit, die Übung kannst du auch mal machen mit deiner Jugendgruppe oder sowas ähnlichem, das ist ein Stück weit, als ob du deine Gruppe mit ihrem Handy ein WLAN suchen lässt. Sie finden keins und daraufhin behaupten sie, es würde keins geben. Aber dann stellt sich heraus, dass sie am Handy die ganze Zeit das WLAN ausgestellte hatten und ausschließlich Bluetooth anhatten. Und mit Bluetooth kann ich natürlich kein WLAN empfangen. Das heißt, Naturwissenschaften in allen Ehren, sage ich wirklich so, aber wir sind nun mal von vornherein nur sehr eingeschränkt Leistungsfähig. Sobald also jemand von deinen Workshop-Teilnehmern behauptet, das und das lässt sich naturwissenschaftlich nicht nachweisen, da kannst du ganz gelassen bleiben, weil Naturwissenschaften können sowieso nur einen ganz kleinen Teil der realen Welt überhaupt erst erfassen. Und die Frage ist ja, gibt es Übernatürliches? Und da siehst du schon, wenn es Übernatürliches, Nicht-Natürliches, Übernatürliches gäbe, dann könnten wir das ja mit Naturwissenschaften gar nicht erfassen, weil Naturwissenschaften ja nur Natürliches erfassen können und nicht Übernatürliches, nicht Nicht-Natürliches. Das heißt, mit Naturwissenschaften können wir die Frage, ob es Übernatürliches gibt, die können wir so nicht beantworten, zumindest nicht alleine mit Naturwissenschaften. Jetzt die Frage, gibt es einen Weg, wie wir das beantworten können, ob es Übernatürliches gibt? Ja, gibt es, mehrere sogar. Dafür musst du nämlich einfach schauen, wozu passt die Welt, die reale, echte Welt, in der wir leben, wozu passt die besser? Dass es nur Natürliches gibt oder dass es übernatürliche Dinge geben kann, die über reine Materie hinausgehen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Gespenster oder böse Geister. Falls du möchtest, dass wir darauf mal eingehen, das wäre ein eigener Beitrag und ich glaube, das lohnt sich, dann drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter diesem Video und schreib einen Kommentar, dass du das möchtest. Sondern was ich jetzt meine, sind sehr bemerkenswerte Dinge in der realen Welt, sowas wie Nahtoderfahrungen, bestätigte und übereinstimmende Nahtoderfahrungen, sowas wie erfüllte Prophezeiungen über die Zukunft, solche Dinge wie Bewusstsein oder freier Wille, auf dem alle Gesellschaften, alle Kulturen der Menschheit aufgebaut sind. Und ich meine die, sobald du mal ein bisschen drüber nachdenkst, die wirklich echt verblüffende Tatsache, wieso es überhaupt irgendetwas gibt und nicht einfach nichts. Weißt du, es gibt so eine Art, ich übertreibe mal ein bisschen, ich überspitze es jetzt, nicht ausrasten. Es gibt so eine Art modernes Schöpfungsmärchen, das besagt, am Anfang war das nichts und dann explodierte es auch noch. Nein, warum nicht? Weil alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Ich wiederhole noch mal, alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum selbst, unsere ganze Realität, die hat angefangen zu existieren. Also noch mal, unsere gesamte Realität hat angefangen zu existieren. Also hat die Realität selbst eine Ursache. Also hat die Realität selbst eine Ursache. Und das ist noch nicht mal umstritten. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, ist mir klar, ist ja nur ein kleiner Punkt von diesem großen Video. Ich habe es dir hier im Buch Kein Gott ist auch keine Lösung genauer erklärt. Du musst dir das Buch nicht kaufen, kannst du gerne bei Amazon tun, aber du kannst es dir auch einfach gratis mitnehmen über unsere Website, ist der erste Link hier unten unter diesem Video. Da wird das Ganze, was ich jetzt erkläre, noch mal viel, viel, viel detaillierter, noch mal viel anschaulicher erklärt. Aber das Ding ist jetzt also gar nicht so sehr, ob alles eine Ursache hat. Die Frage ist, was diese Ursache ist. Und weißt du, jeder kennt diese Formel E ist gleich mc². Aber nicht jeder weiß, was die bedeutet. Mein Papa, der fände das jetzt total faszinierend, aber ich erspare die Details. Seit Albert Einsteins, Allgemeiner Relativitätstheorie von 1916, seitdem wissen wir, dass Raum, dass Zeit, wie die Zeit sich bewegt, und Materie, Gegenstände, dass die miteinander verbunden sind. Das heißt, unsere Realität, die befindet sich in der drei Dimensionen des Raumes, drei Dimensionen des Raums, und die befindet sich in der vierdimensionalen Raumzeit. Das heißt, unsere Realität, die besteht aus Materie, also aus Dingen, die man, nochmal wieder, anfassen kann. In unserer Realität gibt es Raumabstände, Abstände im Raum, durch die wir wissen, wie weit Dinge voneinander entfernt sind. Und unsere Realität ist bestimmt durch den Fluss der Zeit. Die Frage ist jetzt, was oder wer ist die Ursache für die Realität, die genau so aussieht? Um es mal auszubuchstabieren. Wir suchen nach der Ursache für alle und sämtliche Materie, für alles, was ich anfassen kann. Also nicht ein bisschen, sondern von allem grundsätzlich. Das heißt, was oder wer auch immer alle Materie hervorgebracht hat, kann selbst nicht aus Materie bestehen. Was oder wer auch immer alles verursacht und geschaffen hat, was man anfassen kann, ist selbst nicht zum Anfassen. Was oder wer auch immer sämtliche Raumabstände zwischen Materie hervorgebracht hat, der kann selbst nicht durch Raumabstände begrenzt sein. Und was oder wer auch immer alle Zeiträume hervorgebracht hat, kann selbst nicht durch Zeiträume eingeschränkt sein. Das heißt, wir sind auf der Suche nach einer Ursache, die oder der nicht materiell ist, nicht räumlich ist, nicht zeitlich ist, größer ist als die Natur und über der Natur steht. Ich könnte es jetzt noch sehr viel ausführlicher erklären, das findest du wie gesagt hier im Buch, erster Link unter diesem Video. Und das, was wir gerade besprochen haben, das ist noch nicht mal unlogisch oder Spekulation. Im Gegenteil, der klassische Atheismus, bei dem ist es so, der hat 13 weitere logische Probleme. Also, wenn jemand behaupten will, nee, es kann definitiv nichts Übernatürliches gehen und so weiter. Aber allein schon das, was wir bis jetzt besprochen haben, macht diesen klassischen Atheismus wirklich unlaubwürdig. Ich könnte jetzt noch mal ins Detail gehen, aber allein dadurch siehst du schon, Übernatürliches gibt es wirklich. Das größte Wunder der Bibel steht direkt auf Seite 1, wo es heißt, Bereshith bara Elohim Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das heißt, wir sprechen von einer Ursache, die nicht in der Natur ist und die die gesamte Natur geschaffen hat. Eine Ursache, die über der Natur steht, eine übernatürliche Ursache, die alles andere verursacht und ins Leben gerufen hat. Und dadurch, dass das, was wir umgangssprachlich mit dem Urknall bezeichnen, dadurch, dass der das größte Wunder der Bibel bestätigt, dass es nichts gab und danach alles, daraus folgt logisch, dass alle weiteren Wunder der Bibel mindestens möglich sind. Okay, soweit sie gut. Es gibt also eine höhere Macht, wie gesagt, deutlich ausführlicher hier drin erklärt, ist mir klar, dass das jetzt oberflächlich ist, aber ist okay, ja. Es gibt also eine höhere Macht, wie auch immer die aussieht. Hilft uns das jetzt bei der Auswahl der richtigen Religion? Das ist ja unsere Frage, ja. Naja, eigentlich schon, nämlich beim Buddhismus. Dazu will ich dir eine kurze Geschichte erzählen, damit du etwas einordnen kannst, was meine Perspektive hier auf diese Sachen ist. Ich bin damals nicht in Deutschland aufgewachsen. Mein Papa ist damals, um seine wissenschaftliche Karriere voranzubringen, um die Welt gereist mit meiner Mama, meinem Bruder und mir quasi im Schlepptau. Das hat dazu geführt, dass mein Bruder und ich, wir sind mehrsprachig aufgewachsen und wir sind in internationale Kindergärten, internationale Schulen gegangen. Ich bin also aufgewachsen in einem internationalen Multikulti-Umfeld, mit Afrikanern, Asiaten, Nordamerikanern, Südamerikanern. So ungefähr kannst du dir vorstellen, wie damals die Klassenfotos und die Schulfeste ausgesehen haben. Und damals, auch durch Schule, Bekannte und das Umfeld, war für mich der Umgang mit Buddhismus und Hinduismus, das war nichts Besonderes. Auch der Anblick von Minaretten beim Einkaufen und auf dem Weg zur Schule, das war was ganz Alltägliches. Der Islam, das war in meiner Jugendzeit sowieso ein großes Thema und später war unser direkter Nachbar, der war muslimischer Gelehrter, bei dem ich jahrelang ein- und ausgegangen bin. Warum erzähle ich dir das? Naja, als ich vor ein paar Jahren noch Berater war, da hatte ich eine kleine Zahl von buddhistischen Klienten. Und da ist mir so klar geworden, dass in Deutschland zwar jeder diese goldenen Buddha-Statuen in Vorgärten und asiatischen Restaurants kennt, klar, aber kaum einer weiß, worum es im Buddhismus inhaltlich geht. Naja, jedenfalls, die inhaltliche Seite, die würde ich vom Buddhismus schon ein Stück weit ernst nehmen. Die Zahl der Buddhisten in Deutschland, die wird auf bis zu 300.000 geschätzt, also fast doppelt so viele, wie es Zeugen Jehovas gibt. Und mehr als doppelt so viele, wie alle Effigeler und Effigeler zusammen. Das sollten wir also zahlmäßig schon nicht ganz ignorieren. Und es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir es in den 2020er Jahren im Dachau, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, immer mehr mit Esoterik und immer mehr mit New Age Bewegungen zu tun bekommen. Und viele von ihnen werden wahrscheinlich buddhistische Einflüsse enthalten. Und verstehe mich bitte richtig, ja, es gibt im Buddhismus eine ganze Reihe von Dingen, die wir ehrlich schätzen und ehrlich wertschätzen können. Wie zum Beispiel Ahisma, ja, der Wunsch nach Frieden und Gewaltlosigkeit oder Karuna und Mata, Mitgefühl und Wohlwollen allen Lebewesen gegenüber oder Dana, Berufszügigkeit in Spenden an wohltätige Organisationen oder Pranja, Streben nach Weisheit, die buddhistische Ethik wie Sexualität nur in der Ehe, Selbstdisziplin, Fasten, Beantwortung für eigene Entscheidungen und deren Konsequenzen übernehmen. Und lass uns ehrlich sein, an dem, wie manche Buddhisten leben, ja, könnten wir uns eine Scheibe abschneiden. Und das sollten wir auch ehrlich anerkennen. Aber, und das solltest du in deinen Themenabenden, deinen Predigten rein, solltest du das deiner Gruppe gegenüber auch klar kommunizieren. Die Frage ist ja hier nicht, ja, denk an den Anfang zurück, die Frage ist ja nicht, wer sich am besten benimmt. Das hier ist kein Kopfnotenwettbewerb, sondern es geht um Wahrheit, ja, und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Frage ist auch nicht, und das musst du deiner Gruppe dann helfen, gedanklich klarzukriegen, die Frage ist nicht, in welchen Weltanschauungen man irgendwo irgendetwas lernen könnte oder wo es irgendetwas gibt, was man vielleicht noch wertschätzen könnte. Dazu ein Extrembeispiel, jetzt nicht ausrasten, ich treibe es mal bewusst auf die Spitze. Selbst wenn, selbst wenn du die satanistische Bibel von Anton LaVey liest, dem Gründer der Internationalen Kirche des Satans, selbst dort, selbst dort gibt es Punkte, die man respektieren könnte. Du siehst, die Frage ist also nicht, ob es einzelne Punkte gibt, die man respektieren könnte oder die gut oder die vielleicht richtig sind, sondern die Frage ist, es geht um das Grundkonzept und welche Weltanschauung grundlegend die richtige und die wahre ist. Es gibt im Buddhismus natürlich verschiedene Glaubensrichtungen, jetzt stark vereinfacht, es gibt die Strömungen des Mahayana-Buddhismus und die Strömungen des Theravada-Buddhismus. Der Theravada-Buddhismus ist die älteste Strömung, aus der die anderen hervorgegangen sind. Beeinfacht gesagt also, der Theravada-Buddhismus ist die ursprünglichste Form, die am nächsten an den Lehren des Buddha dran ist. Lass uns also über diesen klassischen Buddhismus reden, Bei dem ist Buddha noch ein menschlicher Lehrer, man ist für seine Erlösung selbst verantwortlich, dort gibt es keine übernatürlichen Wesen, die man anbeten möchte und erst recht gibt es keinen Schöpfer-Gott. Im Gegenteil sogar, der Großteil der buddhistischen Texte lehren übereinstimmt, diese Welt wurde nicht von einem Gott geschaffen und wird nicht von einem Gott regiert. Du könntest jetzt auch auf große logische Probleme mit der Wiedergeburtslehre, der Karma-Lehre und mit dem Nirvana eingehen und sogar ernsthafte Selbstwidersprüche im Theravada-Buddhismus aufzeigen. Aber um nur eines von mehreren großen Problemen beim Theravada-Buddhismus zu nennen, ist einfach, er passt nicht sonderlich zu dem, was wir bereits wissen. Wir wissen ja schon, dass die Realität eben nicht ewig ist, dass es das Universum und die Welt eben nicht schon immer gegeben hat, sondern dass die gesamte Realität an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, an einem ganz bestimmten Ort angefangen hat zu existieren und es vorher nichts gab. Der Theravada-Buddhismus aber, der lehrt ein sogenanntes zyklisches Weltbild, also dass alles ein ewiger Kreislauf wäre und dass es die Realität schon immer gegeben hätte. Das ist ein ganz großes Problem, weil das ja leider nicht stimmt. Im Gegenteil, der Theravada-Buddhismus lehrt, dass es keine übernatürliche Kraft und keine Gottheit gibt, schon gar nicht eine persönliche Gottheit, die außerhalb von Raum und Zeit steht, größer als die Natur ist, unendlich mächtig ist und alles verursacht hat. Denk dran, was du vorhin gelernt hast, eine Aussage ist dann falsch, sobald sie etwas widerspricht, das bereits feststeht. Und beim Buddhismus, da hast du beides, Selbstwidersprüche und Widersprüche zu dem, was bereits Fakten sind. Und ich möchte dir da einfach Mut machen, sei da in Gesprächen, sei da auch in Jugendstunden, sei da zu deiner Gemeinde, sei da in Religionsklassen, wenn du das darfst, wenn du das rechtlich kannst, sei da ehrlich zu deinen Zuhörern, sei da ehrlich zu deiner Gemeinde. Und natürlich ist das, was wir hier besprechen, der Vereinfachung, ist klar, logisch, aber es geht ja auch gerade um diese Grundsätze. Und sobald wir nicht mehr fragen, wen wir mögen und wen wir nicht mögen, wem eine bestimmte Aussage gefällt oder nicht gefällt oder wie wir uns fühlen oder nicht fühlen, sobald wir all diese emotionalen Befindlichkeiten außen vor lassen und versuchen, unvoreingenommen an die Sache ranzugehen und auszuwählen, welche von diesen vier großen Religionen wahrscheinlich recht hat, da werden wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht beim klassischen, ursprünglichen Buddhismus rauskommen. Im Gegenteil, da ist der Buddhismus tatsächlich raus. So, Einheit 4 von 6, Thema 4 von 6, über die Hälfte hast du schon geschafft. Jetzt geht um die Frage, wir wissen, es gibt Übernatürliches, könnte es sein, dass es mehrere Götter gibt. Das ist natürlich für die Auswahl der wahren Religion ist das natürlich höchst entscheidend. Also wir haben gerade schon gelernt, atheistische Philosophien, die sind raus. Und Weltanschauungen, die darauf aufbauen, dass es kein übernatürliches Wesen gibt, die sind auch raus. Im Buddhismus, da könntest du jetzt auf Strömungen eingehen, wie den Mahayana-Buddhismus, aber, weil es den in Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum gibt und ob der die richtige Religion ist, das kannst du mit deiner Gruppe auch ganz gut gleichzeitig mit dem Hinduismus behandeln, den wir uns jetzt angucken. Warum? Weil es sowohl im späteren Mahayana-Buddhistischen Strömungen als auch im Hinduismus, da wird behauptet, dass es eine ganze Reihe von übernatürlichen Wesen, eine ganze Reihe von Göttern gibt. Und verstehe mich richtig, natürlich gibt es in hinduistischen Strömungen viel, das man wertschätzen kann, wie zum Beispiel die Hingabe von vielen Hindus an ihre Weltanschauung. Pflichtbewusstsein, Bemühung um Aufrichtigkeit, der Wert von Familie, der Wert von Gemeinschaft, Gewaltlosigkeit in vielen Fällen. Aber nochmal, und das solltest du wieder deiner Gruppe gegenüber klar kommunizieren, die Frage ist ja nicht, wer sich am besten benimmt, denk dran, das ist kein Kopfnotenwettbewerb, sondern es geht um Wahrheit. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das wirft eine wirklich wichtige Frage auf. Wir haben ja schon gelernt, dass es Übernatürliches gibt. Die Frage ist jetzt, könnte es sein, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern dass es mehrere Götter gibt. Und die Antwort ist tatsächlich Nein, weil. Und keine Angst, das ist jetzt recht einfach zu verstehen, wir machen jetzt nicht mehr die Philosophie-Stunden oder so, es ist wirklich ziemlich einfach. Die Frage ist nämlich, was ist Gott? Was bedeutet dieses Wort Gott? Also, der Begriff Gott ist ein deutsches Wort, ist also wieder Teil des deutschen Sprache und des deutschen Wortschatzes. Wie finden wir jetzt heraus, was ein deutsches Wort bedeutet? Du weißt es schon? Wir schauen mal wieder in den Duden. Und da heißt es, Gott ist definiert als Schöpfer allen Geschehens. Auch in anderen maßgeblichen Standardwerken findest du sogar noch viel hilfreiche Formulierungen. So heißt es zum Beispiel im historischen Wörterbuch der Philosophie, da heißt es, Gott ist die unverursachte Ursache. Also nochmal, Gott ist die unverursachte Ursache. Das heißt also, ist eigentlich ganz logisch, Gott selbst ist das eine Wesen, die eine Sache, die eine Ursache, die es schon immer gab, die alles andere geschaffen und die alles andere in Bewegung gesetzt hat. Und durch die alles andere verursacht ist. Das heißt, Gott ist die Ursache für alles, er selbst hat aber keine Ursache, sonst hätte er sich ja selbst geschaffen, was logisch nicht möglich ist. Bevor jemand existiert, kann er ja nichts tun. Also kann er auch nichts anderes schaffen. Diese Definition, die ist konsensfähig unter maßgeblichen Gelehrten aus dem Islam aus dem Christentum und aus dem Judentum. Aber auch unter maßgeblichen, nicht christlichen Gelehrten unserer Zeit und sogar unter Religionskritikern und Atheisten, die stimmen dieser Definition zu. Damit kannst du also definitiv schon mal arbeiten und das auch für deine Gruppe und das für deine Gespräche nutzen. Was heißt das jetzt konkret mit der unverursachten Ursache? Folgendes, das heißt, Gott ist die eine Ursache, die alles andere verursacht hat. Das heißt konkret, alles, was nicht Gott ist, wurde von Gott verursacht. Also nochmal, ganz einfach zu verstehen, alles, was nicht Gott ist, wurde von Gott verursacht. Okay, das heißt jetzt Gedankenexperiment und sag du mir mal, ob dir was auffällt. Stell dir vor, dieses Wesen gäbe es jetzt nicht einmal, sondern zweimal. Ist das überhaupt möglich? Also nochmal, alles, was nicht dieses Wesen ist, wurde von diesem Wesen verursacht. Okay, wenn es es aber nicht ein, sondern zweimal gäbe, welcher von beiden denn eigentlich? Wenn das eine zuerst war und das andere verursacht hat, dann ist ja das andere keine unverursachte Ursache mehr. Damit ist es nicht Gott. Und das Gleiche passiert, sobald du überlegst, wie es wäre, wenn du 4, 8, 20 oder 200 Götter haben willst. Das geht rein logisch schon nicht, dass die unverursachten Ursachen nebeneinander stehen können. Das ist wieder so eine leere Wortgruppe, so etwas wie kreisförmiges Quadrat oder lediger Junggeselle. Es sind nur leere Worte. Diese Dinge, die kann es nicht geben und die sind logisch auch gar nicht möglich. Was heißt das? Das heißt, dass es mehrere Götter gleichzeitig, die sind logisch gar nicht möglich. Es kann einen Gott geben, aber es kann nicht im selben Sinne und auf die gleiche Weise mehrere Male einen Gott geben. Das geht schon logisch nicht. Was geht es, dass du einen Schöpfergott hast und mehrere mächtige Geschöpfer wie Engel, die sich vielleicht auch von ihm abwenden und dann Dämonen werden. Falls du mehr über Engel, Dämonen und die unsichtbare Welt wissen möchtest, dann drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter diesem Video und schreib einen Kommentar, dass dich das interessiert. Jedenfalls ein allmächtiger Schöpfer mit ganz vielen sehr begrenzt mächtigen Geschöpfen. Das ist möglich. Aber eine Weltanschauung, die grundsätzlich und im Kern schon davon ausgeht, dass es angeblich mehrere Götter geben würde, wie die meisten hinduistischen Strömungen das tun, das funktioniert logisch nicht. Und wenn sie das behaupten, dann sind sie leider für unsere enge Auswahl raus. Okay, also ein höheres Wesen, eine unverursachte Ursache, ein Gott. Ein Gott. So weit, so gut. Aber welcher Gott ist es denn jetzt? Und welche Religion ist schlussendlich die wahre? So, Einheit 5 von 6, vorletzte Einheit. Das ist das, worauf wahrscheinlich die meisten hingefiebert haben. Welcher Gott ist es denn jetzt? In unserem Fall konkret gefragt, ist es jetzt der Gott des Islam oder ist es der Gott der Bibel? Hier könntest du also, wenn du was mit dem Thema machst, wenn du jetzt Religionsunterricht machst oder du machst jetzt eine Jugendstunde oder wie auch immer, Predigtreihe, jetzt könntest du auf unendlich viele einzelne Gruppen eingehen. Du könntest zum Beispiel auf den Bahaismus eingehen mit seiner Wertschätzung von Einheit, seinem Fortschrittsglauben, seiner Wertschätzung von Bildung und Frieden, seinen wunderschönen Tempeln und viel mehr. Du könntest zum Beispiel auf den Zikismus eingehen mit seiner Wertschätzung der Brüderlichkeit, der Gleichheit, der gemeinsamen Verantwortung füreinander, der ehrlichen Arbeit, der Bildung und viel mehr. Das heißt nicht, dass jede dieser Religionen die Ware ist. Das geht ja schon rein logisch nicht. Aber es heißt, dass du bei jeder etwas Gutes finden kannst, das wir ehrlich wertschätzen können und vor allem, wo wir im Gespräch positiv anknüpfen können. Also, auf welche Religion solltest du jetzt in deinen Workshops, in deinen Predigten, in deinen Themenabenden eingehen? Wo willst du überhaupt anfangen? Naja, das kommt bei deinen Themenabenden darauf an, zu was für Menschen du sprichst und was deren Hintergrund ist. Wenn du zum Beispiel eine für mitteleuropäische Verhältnisse normal gemischte Gruppe vor dir hast, dann würde ich dir empfehlen, deine vorletzte Einheit, deine vorletzte Predigt in dieser Reihe über Christentum und Islam zu machen. Warum? Also, hier siehst du mal eine grobe Schätzung, wie viele Menschen weltweit in den Einflussbereich, welcher ein Gottreligion gezählt werden. Und hier haben Christentum und Islam mit weitem Abstand weltweit den meisten Einfluss. Auch bei uns in Mitteleuropa nimmt der Einfluss vom Islam jeden Tag zu. Deshalb wird es für die meisten deiner Workshop-Teilnehmer wird es schnell nachvollziehbar sein, warum du jetzt nicht auf jede vergleichsweise kleinere Gruppe eingehst, sondern dich auf das konzentrierst, was die meisten in unserem Land beschäftigt und die nächsten Jahre umso mehr beschäftigen wird, nämlich der Islam. Und das ist auch sachlich und fachlich okay, dass du nicht auf jede einzelne Religion bis ins Letzte eingehst. Es ist ein Stück weit wie bei einem Kriminalfall, wo du einen Verdächtigen suchst. Stell dir mal vor, du bist jetzt Kriminalhauptkommissarin, du suchst einen Tatverdächtigen, der in einen Keller eingebrochen ist. Die Überwachungskamera zeigt klar und deutlich die Umrisse von einem 1,85 Meter großen, muskulösen jungen Mann, aber auf einmal kriegst du einen Anruf, dass jemand festgenommen wurde, der ist 1,60 Meter groß und hat einen Bierbauch. Das passt wahrscheinlich nicht. Dann kriegst du als Kommissarin einen weiteren Anruf, wo jemand vermutet, es könnte auch das vorlaute 13-jährige Mädchen von gegenüber sein. Sorry, passt auch nicht. Du siehst also schon, wir müssen gar nicht jeden einzelnen Bürger einer 1-Million-Einwohner-Stadt, den müssen wir gar nicht zur Vernehmung antanzen lassen. Den brauchen wir gar nicht. Es reicht, wenn wir den einen Täter finden. Weil sobald wir den einen Täter finden, der es wirklich ist, dann ist der Fall gelöst, dann ist der Fall abgeschlossen. Und dann ist automatisch klar, der eine Täter, der schließt die 999.000 anderen Verdächtigen automatisch aus. Du musst also nicht zeigen, dass es die 999.000 nicht sind. Du musst nur den einen finden, der es ist. Und deshalb wichtig für deine Predigtreihe, deine Aufgabe ist es nicht, jede einzelne, nur erdenkliche Weltanschauung zu widerlegen, die es irgendwann in der Menschheitsgeschichte mal irgendwo auf der Welt gegeben hat. Nein, das ist wirklich unnötig. Das wäre sogar ein Stück weit Zeitverschwendung. Sondern deine Aufgabe ist es nur, deiner Gemeinde, deinem Hauskreis oder deinen Nachbarn zu helfen, die eine Weltanschauung zu sehen und zu finden, die es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit tatsächlich die eine wahre ist. Und damit sind wir wieder bei der Frage Islam und Christentum. Und gerade zum Thema Islam möchte ich vorher etwas sagen. Weißt du, als ich dann vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen bin, war ich teilweise geschockt, wie negativ einige Menschen teilweise den Islam sehen. Als ob, um mal drei Vorurteile aufzugreifen, als ob das alles nur analphabetische Polygamisten wären, die ihre Frauen verprügeln und als ob das alles nur potenzielle Selbstmordattentäter wären. Solche Gespräche habe ich mit manchen Deutschen gehabt. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, wusstest du, dass die meisten Opfer von islamistischen Extremisten, dass die tatsächlich selbst Muslime sind? Auch aus meiner eigenen Tätigkeit, wir vom Bibelfit-Dienst, wir haben schon mehrfach Einschüchterungsversuche und sogar Briefe mit realen und konkreten Androhungen bekommen, die wir dann auch an die Polizei weitergeleitet haben. Ich will jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, aber bis jetzt ging kein einziger dieser Vorfälle auf Muslime zurück. Im Gegenteil, als die Community hier früher noch kleiner war und ich ab und an in YouTube-Kommentaren und auf Instagram mit Zuschauern hin und her geschrieben habe, ja, es war schön, habe ich die meisten der Gespräche mit meinen muslimischen Gesprächspartnern als gut und als sachlich in Erinnerung. Auch bei Vor-Ort-Veranstaltungen erlebe ich Muslime, die danach zum persönlichen Gespräch kommen, allermeistens als höflich und als korrekt. Das kann man von manchen, die sich Christen nennen, nicht unbedingt behaupten. Ich glaube, auch uns westlichen Menschen in Mitteleuropa ist häufig gar nicht klar, wie viel wir dem Islam über die Jahrhunderte überhaupt zu verdanken haben. Angefangen bei der Papierherstellung, ohne die unsere späte Renaissance mit dem Buchdruck kaum möglich gewesen wäre, was eine große Rolle in der Reformation gespielt hat. Dass wir überhaupt Verlässliches über unsere eigene europäische antike Geschichte wissen, das verdanken wir dem, dass muslimische Gelehrte, die Werke von Aristoteles und von vielen weiteren europäischen Denkern, dass die durch unser finsteres europäisches Mittelalter hindurch bewahrt wurden von muslimischen Gelehrten. Ohne die Arbeit von muslimischen Gelehrten hätten wir zum Beispiel auch kein Hochmittelalter, zum Beispiel kein Thomas von Aquin, keine Solastik und wieder keine Renaissance und wieder keine Reformation. Auf die arabische Welt gehen ganz konkrete Lebensveränderungen zurück, die wir in Europa für selbstverständlich nehmen, wie zum Beispiel die moderne Geografie, moderne Städteplanung und manche Bewässerungssysteme. Ganz praktische Dinge, wie das Gitarren- und Musiktheorie, sich auf diese Weise in Europa verbreitet und entwickelt haben und von Miniaturmalerei, Teppichknüpfkunst, Kalligrafie, Glasproduktion, Deodorants, Kaffee und Zimt ganz zu schweigen. Das heißt, ohne Muslime, ohne islamischen Einfluss, keine Weihnachtsplätzchen. Ein Großteil der heutigen Chirurgie und Medizin verdanken wir maßgeblich der Vorarbeit von muslimischen Gelehrten. Das heißt, falls du dir jemals was gebrochen hast oder operiert werden musstest, verdankst du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Teil deiner Genesung Methoden, die Muslime entwickelt haben. Manche mathematischen Methoden, aber vor allem die Entwicklung der heutigen Optik. Also jedem, der eine Brille oder Kontaktlinsen trägt, der kann dafür arabischen Physikern und muslimischen Optikern danken, die diese Sachen erfunden haben. Und ja, sogar die Zahlen, die wir heute noch nutzen und die auch in deiner Bibel abgedruckt sind, das sind, rate mal, das sind tatsächlich arabische Zahlen. Warum sage ich das? Naja, ganz selbstkritisch, wir haben es gerade schon beim Buddhismus gesehen, ganz häufig sprechen wir Europäer über den Islam wie der Blinde von der Farbe. Und das sage ich nicht, um die sehbehinderten Zuhörer dieser Sendung vor den Kopf zu stoßen, nein, sondern deswegen. Schau mal, wenn ein Marsmensch auf der Erde landet und fragt, welche Religion ist die richtige, dann besteht eine hohe Chance, dass allein von der Mitgliederzahl und allein vom Niveau der Theologie, dass der Islam bei der engeren Auswahl ganz vorne mitspielt. Deshalb, wenn du deine Predigtreihen oder Themenabende über die Religion und Weltreligion hältst, dann tust du gut daran, Muslime ernst zu nehmen und das Ehrenwerte im Islam auch ehrlich wertzuschätzen, weil da gibt es einiges. Hier nur mal sieben Beispiele. Islam heißt Unterwerfung. Unterwerfung worunter? Unter Allah. Deswegen nennt der Islam auch alle Menschen, die sich jemals Allah unterworfen haben, Muslime. Ähnlich wie es im Christentum geht es auch im Islam nicht darum, Ansehen für sich selbst zu sammeln, sondern auf Gott hinzuweisen und Gottes Ehre zu mehren, Gottes Ehre aufzurichten. Ähnlich wie im Christentum spielt im Islam Gemeinschaft eine sehr große Rolle, ziemlich wichtig. Das Geben, Sakat, ja. Auch wir Christen, wir sind selbstverständlich zum Geben angehalten, für unsere eigenen Gemeinden, für Dienste, die Gutes tun und für Bedürftige. Das ist im Islam sehr ähnlich. Auch das Fasten, Saum, ja. Auch wir Christen, wir sind laut Neuem Testament angehalten, regelmäßig zu fasten. Aber wir nehmen es häufig nicht ernst. Unsere muslimischen Freunde tun das mehr. Das Gebet, Salat, Gebet spielt auch im Christentum eine entscheidende Rolle. Und wir Christen, wir sind dazu angehalten, dass unser ganzes Leben ein Gebet sein soll, das Gott ehrt. Das können Muslime verstehen und respektieren. Wir auch Muslime denken, auch wir Christen, dass in der westlichen Gesellschaft vieles in eine falsche Richtung geht. Beide Gruppen sind sich einig, dass diese geldgierige, selbstsüchtige, sexbesessene, westliche Konsumgesellschaft, die von nichts mehr Ehrfurcht hat, dass die auf einem ganz, ganz großen Holzweg ist und sich damit selbst Schande macht. Und was mich persönlich bewegt, ist die starke Identifizierung von vielen Muslimen mit dem Islam im Allgemeinen und mit dem Koran im Besonderen und ihre Leidenschaft für ihren Glauben. Und auch wenn Muslime und wir respektvoll in manchen Punkten eine andere Auffassung haben, ist das, wovor ich besonders Achtung habe, dass die meisten Muslime ihren eigenen Glauben wertschätzen, dass sie den ernst nehmen und dass sie den kennen. Sie kennen ihre Schahada, ihr Glaubensbekenntnis. Aber wie viele oder wie wenige Christen kennen ihr eigenes apostolisches Glaubensbekenntnis? Viele Muslime wissen häufig, wofür sie stehen. Viele Muslime lesen ihren Koran mit einem Ernst, mit einer Feierlichkeit und mit einer Bewandtheit, die vielen Christen bei ihrer eigenen Bibel gut zu Gesicht stehen würde. Deshalb mach, was du für richtig hältst. Ich kann dir nur empfehlen, für deine vorletzte Predigteinheit, für deinen vorletzten Themenabend, für deine vorletzte Stunde, zu dem ganzen Thema. Öffne vielleicht wirklich mal mit deinen Teilnehmern, mit deinen Schülern, mit deiner Gemeinde vielleicht sogar den Koran und sie werden wahrscheinlich überrascht sein, was da drin steht. Eine Überraschung. Mohammed, auf den der heutige Islam zurückgeht, der ist im Koran viermal erwähnt. Johannes der Täufer dagegen ist fünfmal erwähnt. Sein Vater Zacharias siebenmal. Aber Jesus selbst, Israel Masi, ist im Koran 25mal erwähnt. Was wird über Jesus im Islam gesagt? Es wird gesagt, dass Jesus wiederkehren wird auf die Erde. Es wird gesagt, dass Jesus einen weltweiten falschen Messias bezwingen wird, Al-Masih al-Dajjal, der vorher große Verfolgung angerichtet hat. Und es wird gesagt, dass Jesus vor dem allerletzten jüngsten Gericht auf der Erde regieren wird in Rechtschaffenheit. Kommt dir das bekannt vor? Und mehr noch, im Koran wird bestätigt, dass Jesus übernatürliche Wunder getan hat. Es wird bestätigt, dass Jesus selbst als Einziger durch ein übernatürliches Wunder ohne menschliches Dazutun geboren wurde. Und besonders bemerkenswert ist, dass es im Koran heißt, und entschuldige bitte meinen dicken Akzent, da heißt es in Surat Mayam, Ayat 34, da heißt es Das ist Jesus, der Sohn Marias, das Wort der Wahrheit. Ja, das heißt eindeutig dort nochmal geschrieben, Jesus ist nicht nur ein normaler Mensch. Das Wort der Wahrheit, ja, das Wort der Wahrheit, das von wem ausgeht, von Gott. Dazu heißt es in Surah 10, La tabedila li kalimatilahi, das Wort Gottes kann nicht verfälscht werden. Und in Surat Al-Anam heißt es, Wa la mu badila li kalimatilahi, es gibt keinen, der Gottes Worte verändern kann. Nochmal ganz deutlich bestätigt, später in Surah 6, wo es heißt, La mu badila li kalimatilahi, Gottes Worte können nicht verändert werden, können nicht abgeändert werden. Und in Surat Al-Imran, da wird über Israel Masi, da wird über Jesus Folgendes berichtet. Da heißt es, dass Jesus, der Messias, Folgendes sagt. Da sagt er hier in Surah 3, als ein Bestätiger der Tora, die vor mir, vor Jesus, da war, um euch einen Teil von dem zu erlauben, was euch vorher verboten war, bin ich, Jesus, zu euch gekommen, mit einem Zeichen von eurem Herrn. Und jetzt, so fürchtet Allah und gehorcht mir. Krass. Also im Koran steht, Jesus sagt, wir sollen ihm gehorchen und wir sollen ihm folgen. Jesus folgen. Das sagt der Koran. Wow. Das heißt, wenn ich den Koran wirklich ernst nehme, dann muss ich mich mit Israel Masi, dann muss ich mich mit Jesus, dem Messias, beschäftigen. Und das ist der Türöffner schlechthin für dich. Und damit sind wir bei der sechsten und finalen Frage deiner Themenreihe, nämlich die alles entscheidende Frage, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Wozu dieser Jesus? Jesus ist die, die wichtigste Person der Weltgeschichte. Es wurden international mehr Bücher über Jesus geschrieben, als über jede andere Person der Weltgeschichte, mit Abstand. Der Wunsch nach neuen christlichen Liedern ist für Jahrhunderte maßgeblich gewesen, dass Christen aber Dutzende Musikformen und Instrumente entwickelt haben, die wir für uns heute sogar schon selbstverständlich angenommen haben. Jesus und das Christentum waren historisch Haupttriebfedern für Klöster, Universitäten und das kostenlose Schulsystem, für Buchdruck und für Alphabetisierung. Das heißt, die meisten Menschen, die weltweit lesen und schreiben können, haben das zu einem großen Anteil Anhängern und dem Einfluss von Jesus zu verdanken. Jesus ist mittlerweile ehrenvoll anerkannt im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam, im Bahaismus, in den New Age. Fast jeder Mensch auf der Welt ist in der ein oder anderen Form von Jesus beeinflusst. Selbst die internationale Zeitzählung beruht auf ihm. Jesus hat die Welt heute geprägt wie keine andere historische Person. Und wenn ich historisch sage, dann meine ich das genauso, wie ich das sage. Historisch. Dazu heißt es zum Beispiel im Staatslexikon, heißt es in der siebten Auflage, dass Jesus eine historische Gestalt ist. Das wird heute von keinem seriösen Historiker mehr bestritten. Und die Theologische Realenzyklopädie, das ist das größte deutschsprachige Buchprojekt zu Religionswissenschaften im ganzen 21. Jahrhundert bis jetzt, die fasst zu all dem zusammen. Gleich am Anfang, die sagt, die These, die Vermutung, Jesus hätte nie gelebt, ist unhaltbar. Die meisten Menschen unterschätzen völlig, wie viel wir überhaupt über Jesus wissen. Und wer sich mit Jesus historisch auseinandersetzt, wie ich das damals noch als Atheist gemacht habe, der wird völlig verblüfft sein, was wir inzwischen alles von Jesus wissen. Zum Vergleich, du müsstest ungefähr 4.426 Seiten an wissenschaftlichen Standardwerken lesen, nur um auf den aktuellen Forschungsstand zur geschichtlichen Leben Jesu Forschung zu kommen. So umfangreich ist das, was Historiker inzwischen zu Jesus an Material bewegen. Und es ist atemberaubend, was wir inzwischen alles über Jesus wissen. Wir wissen, dass Jesus am 7. April des Jahres 30 in der Jerusalemer Oststadt gestorben ist. Wir wissen mit großer Wahrscheinlichkeit, dass Jesus im März des Jahres 4 vor Christus geboren wurde. Wir wissen aus den Quellen, Jesus hatte kurze, gekräuselte Haare, er hatte einen kurzen Bart, er hatte dunklere Haut, Jesus war zwischen 1,64 Meter bis 1,68 Meter groß, er hat zwischen 50 bis 60 Kilogramm gewogen, seine Schuhgröße war ungefähr 39 und er hatte braune Augen. Vielen deiner Zuhörern ist wahrscheinlich gar nicht klar, wie viel wir inzwischen über Jesus wissen. Die Frage ist, woher wissen wir all das? Die Antwort ist, durch seriöse Geschichtsforschung. Sobald du unvoreingenommen an die Sache rangehst, siehst du, dass wir drei verschiedene Gruppen von Informationsquellen zum historischen Jesus haben, aus ungefähr den gleichen geschichtlichen Zeitperioden. Also, mal ein Vergleich. Wir sprechen von einer solchen Datenfülle, davon können selbst die meisten römischen Kaiser nur träumen. Zum Beispiel über Kaiser Silvanacus, über den gibt es so wenige Quellen, dass wir vor 100 Jahren nicht einmal wussten, dass er überhaupt gelebt hat. Er ist mit keinem Wort von seinen Feinden und Gegnern erwähnt, nicht einmal seine Freunde und Anhänger, haben Texte zu ihm hinterlassen. Und bei Kaiser Sponsanius ist bis heute nicht geklärt, ob es den überhaupt jemals gegeben hat. Bei Jesus dagegen haben wir bis jetzt über 51, über 51 verschiedene, nicht die gleichen, sondern verschiedene zeitgenössische, historische Quellen von Nichtchristen gesichert aus der damaligen Zeit, aus denen du über Jesus lernen kannst. Und nochmal, dass wir uns richtig verstehen, das sind Berichte von Nichtchristen und Gegnern von Jesus, aus denen du Dinge über Jesus lernen kannst. Falls du wissen willst, was dir alles aufgeschrieben haben, mache ich dir sehr gerne ein Video zu. Drück gerne diese Glocke hier unten rechts unter diesem Video und schreib gerne einen Kommentar, dass du dir das wünschst. Und damit du mal ein Gefühl für die Größenordnung kriegst, wenn du jeden dieser Gegner von Jesus der Reihe nach vor Gericht aufrufen und für nur 30 Minuten vorstellen und als Zeugen anhören würdest, ohne irgendwelche Rückfragen zu stellen, dann bist du fast eine halbe Arbeitswoche von morgens bis abends nur damit beschäftigt, anzuhören, was antike Zeitzeugen über Jesus sagen. Und das waren jetzt nur die Leute, die keine Sympathisanten von Jesus waren. Gruppe 2, von der wir Informationsquellen zum historischen Jesus haben, was glaubst du, wie viele Tage bis Wochen wir mit der Anhörung beschäftigt werden, sobald zusätzlich zu den Nichtchristlichen berichten, auch noch die christlichen Zeugen über Jesus, also auch noch Gruppe 2, dazukommen. Und damit meine ich die christlichen Quellen außerhalb der Bibel, ja, die Sympathisanten einfach. So viel historisches Material gibt es über Jesus. Wow. Und Gruppe 3 ist eine ganz besondere Untergruppe von Gruppe 2, nämlich die Augenzeugenberichte, die du heute im Neuen Testament findest. Jetzt kann es passieren, ja, dass einer der Teilnehmer, einer der Leute in deinem Gottesdienst oder in deinem Unterricht zu dir kommt und sagt, warte mal, das Neue Testament, die Bibel, das ist doch ein Märchenbuch. Und ich muss sagen, das kann ich komplett verstehen, ja. Bevor ich das erste Mal das Neue Testament durchgelesen hatte, dachte ich das auch. Aber dann habe ich gemerkt, Mensch, ich habe ja gar keine Ahnung vom Neuen Testament. Ich rede wie der Blinde von der Farbe. Und dann fängst du an, die Bibel zu lesen. Und da habe ich erst mal ein Schrecken bekommen, weil was ich erwartet hatte, waren irgendwelche uralten Fabeln oder Legenden oder Mythen oder sonst irgendwas. Aber dann schlägst du halt die Evangelien auf, also die neutestamentlichen Augenzeugenberichte über Jesus Leben. Und was du siehst, du siehst halt hier konkrete Ortsangaben, du siehst Jahreszahlen, du siehst historischen Kontext, ja. Du siehst, wie die Jünger sich streiten. Du siehst zum Beispiel einfach, wie Menschen mit ihren Schwächen dargestellt werden, wie Dinge schief gehen. So schreibt man keine Mythen, so schreibt man keine Fabeln. Das liest sich wie Berichte von Dingen, die tatsächlich passiert sind. Weil dann fällt dir auf, nur mal ein Beispiel. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von historischen Personen, bei denen heutige nicht-christliche Forscher direkt auf Berichte im Neuen Testament zurückgreifen, um zu schauen, was damals wirklich passiert sind. Ein paar Beispiele, zum Beispiel Josef von Arimathea, siebenmal im Neuen Testament erwähnt. König Agrippa der Zweite von Galiläa, elfmal erwähnt. Portius Festus, Stadthalter von Judäa, dreizehnmal erwähnt. Herodes der Zweite Antipas, 25mal erwähnt. Judas Iskariot, 33mal erwähnt. Pontius Pilatus, 58mal. Johannes der Täufer, 107mal. Paulus, 156mal erwähnt. Es kann den ganzen Tag so weitergehen. Und der Punkt ist, bei all diesen Personen greifen internationale Teams von säkularen Researchern und Geschichtswissenschaftlern. Die greifen dankbar auf das Neue Testament zurück, um mit dem Neuen Testament Informationen aus den neutestamentlichen Berichten, um damit die Lebenswege von diesen Personen zu rekonstruieren. Und das ist völlig sachgemäß und niemand regt sich darüber auf. Es ist einfach kein Thema. Und genau das ist der Punkt. Du kannst das Neue Testament archäologischen und geschichtswissenschaftlichen Prüfungen unterziehen, um zu ermitteln, ob die Kernaussagen daran glaubwürdig sind oder nicht. Aber sobald man auf einmal anfängt, von Jesus zu sprechen und sobald wir die gleichen Methoden und die gleichen Quellen, die wir bei Dutzend anderen Personen anwenden, sobald wir die auf Jesus anwenden wollen, werden manche Leute plötzlich hysterisch. Solche Reaktionen sind einfach nicht logisch. Und das kannst du deinen Workshop-Teilnehmern gegenüber dann auch genauso benennen. Was sagen denn jetzt nicht-christliche, atheistische, heutige Historiker aus einer geschichtswissenschaftlichen, akademischen Sicht, was sagen die denn über das Neue Testament? So heißt es im Brockhaus, der wahrscheinlich größten Enzyklopädie, dem größten deutschsprachigen allgemeinen Nachschlagewerk, da heißt es, die wichtigsten Quellen für Jesu Leben und Jesu Lehre sind die in griechischer Sprache verfassten Evangelien des Neuen Testaments. In der Encyclopedia Britannica, da heißt es im Artikel Jesus, da heißt es, Zitat, es ist unwahrscheinlich, dass Quellen außerhalb des Neuen Testaments dem Porträt des historischen Jesus viel hinzufügen können, weil die dort berichteten Informationen so profund und detailliert sind. Im Brockhaus, da heißt es, aus den historisch eruierbaren Daten der Zeitgeschichte Jesu, also aus dem, was wir über Jesus Leben auf den Eckdaten sammeln können, aus den innerbiblischen Verweisen lassen sich Fixpunkte erschließen und sogar eine ungefähre Chronologie von Jesus Leben nachstellen. Ich könnte jetzt noch viel nennen, aber das Schlusswort, das gebe ich einfach mal der Enzyklopädie of Religion. Dazu kannst du auch gerne reinschauen in den Neuen Pauli, die Enzyklopädie der Antike. Das ist das Standardwerk in den Altertumswissenschaften schlechthin und da heißt es, die mit Abstand wichtigsten und zuverlässigsten Quellen zu Jesus finden wir im Neuen Testament. Also klarer Fall, das Neue Testament ist historisch zuverlässig und zwar so zuverlässig, dass wir daraus ganz sachlich und ganz zuverlässig entscheidende Informationen über Jesus entnehmen dürfen. Und falls du jetzt muslimisch bist und denkst, du dürftest das Neue Testament nicht lesen. Schau doch mal rein, was das heißt in Surat Ayyounus. Da heißt es in Ayah 94, dort heißt es im Koran, dass Gott ausdrücklich zu Mohammed sagt, wenn du Mohammed im Zweifel bist über das, was wir Gott zu dir herabgesandt haben, dann frage diejenigen, die vor dir die Schriften gelesen haben. Frage das Volk des Buches, frage die Christen. Deshalb, ja lieber Muslim, du darfst das Inje lesen und der Koran, der ermutigt dich sogar dazu, die zu fragen, die es vor dir gelesen haben. Ich habe den Koran durchgelesen und ich habe das Neue Testament viele, viele Male durchgelesen und ich mache dir Mut, lies das Neue Testament. Lies erst das Markus-Evangelium und dann das Johannes-Evangelium. Und damit solltest du, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ja, also für diejenigen, die jetzt hier Religionslehrer sind, die jetzt hier Jugendabende machen, die Predigtreihen vorbereiten, damit solltest du dann beim Höhepunkt deiner gesamten Reihe angekommen sein. Nämlich, wer ist und was will Jesus? Jesus hat uns sehr viel hinterlassen, auch viele Worte. Die meisten davon findest du in den vier Evangelien im Neuen Testament. Wir haben zusammen 89 Kapitel und 3797 Verse. Jesus selbst spricht darin in 1957 Versen. Das sind genau 51,8 Prozent des Textes der vier Evangelien. Und von den kleineren Einzelpunkten abgesehen, kreist fast alles, was Jesus sagt, um acht Oberthemen. Und das kannst du systematisch durchgehen und zusammenzählen. Weil wenn jemand nicht nur einmal oder zweimal, sondern sogar fünfmal oder zehnmal über ein Thema spricht oder sogar dreißigmal, fünfzigmal oder achtzigmal, wie wichtig muss ihm das Thema sein? Also lass uns mal schauen, was die häufigsten Inhalte sind, über die Jesus spricht. In vier Prozent von all seinen Versen spricht Jesus über Gebote und warum es wichtig ist, sich an welche Gebote zu halten. In 5,7 Prozent aller Verse spricht Jesus über Nachfolge. In fast jedem zehnten Vers spricht Jesus über Prophetie, von dem, was noch kommen wird oder dem, was schon prophezeit wurde und in Erfüllung gegangen ist. Das zweithäufigste Thema, über das Jesus überhaupt gesprochen hat, ist die kommende Endzeit, was nach dem Tod kommt und wie du und deine Teilnehmer vor dem jüngsten Gericht gerettet werden können. Und das erstwichtigste Thema von Jesus ist Gottes Wesen, das wir häufig so falsch verstehen, wenn wir ihn nur als ein harmloses Großväterchen in den Wolken darstellen, das nur will, dass alle eine gute Zeit haben, statt der heilige Gott der Gerechtigkeit, der Leid, Ungerechtigkeit und Unheiligkeit, der das nicht länger ertragen kann und eines sehr nahen Tages mit allem abrechnen wird. Und das solltest du jetzt deinen Teilnehmern gegenüber auch klar benennen. Wenn du das nichts machst, dann ist das bis jetzt alles nur akademisches Larifari, dann ist am Ende alles umsonst. Was will also Jesus? Was ist seine Kernbotschaft? Jesus sagt, wir, also nicht irgendein allgemeines wir, sondern du und ich konkret, ich Markus, ich bin mitverantwortlich für die Sünde in dieser Welt. Das heißt, ich habe mit meinen Taten, mit meinen Entscheidungen konkrete Sachen, die ich entschieden und getan habe, habe ich Leid in die Welt gebracht? Definitiv. Habe ich Ungerechtigkeit in die Welt gebracht? Ja. Habe ich Unheiligkeit in die Welt gebracht? Das stimmt. Das war ich, nicht Gott. Und nochmal, nicht ein abstraktes, allgemeines wir, sondern wir, du und ich persönlich. Wir, du und ich. Und kein Richter der Welt schuldet einem schuldigen Verbrecher irgendetwas außer Gerechtigkeit. Wie viel mehr, denkst du, ist es da beim Richter über die Welt? Das biblische Christentum ist eine Weltanschauung, die den Anspruch hat, dass sie die Realität wahr beschreiben will. Dass das, was sie über die Realität sagt, dass das wirklich zutrifft und war. Es erinnere dich an den Anfang hiervon. Und im Kern geht es darum, wie schuldige Individuen, die das wirklich von Herzen wollen, wie die beim jüngsten Gericht, beim kommenden jüngsten Gericht freigesprochen werden können. Ja. Und dass das ein Freispruch ist, der den Personen, die das von sich aus wollen, diesen Freispruch, dass dieser Freispruch als ein freies Geschenk Gottes angeboten wird. Und das ist etwas, das dürfen wir lernen zu verstehen. In so ziemlich allen Religionen geht es darum, dass man mehr gute Taten als böse vollbringen soll. Ja, das heißt, dass du mindestens so einen 51% Überhang haben sollst von guten zu bösen Taten. Das Problem ist dabei, und das merkst du, wenn du dich mit Leuten aus bestimmten Weltanschauungen unterhältst. Das Problem ist dabei, dass du nie wissen kannst, welche Tat jetzt genau wie viel zählt. Und deshalb machen sich Menschen in diesen Religionen bis zum Ende in völliger Ungewissheit riesige Sorgen, ob sie noch, ich mache es jetzt mal über Spitzes mal, noch ein Euro mehr hätten spenden sollen, noch eine Oma mehr die Tür hätten aufhalten sollen. Ja. Das klingt für dich vielleicht kurios, wenn du christlich aufgewachsen bist, ist es aber nicht, sondern stürzt Leute in regelrechte Verzweiflung. Jedenfalls das mit diesem 51% Überhang, ja, das trifft zu auf alle großen Weltanschauungen, außer das Christentum und vielleicht noch der Mahayana-Buddhismus. Das sind die zwei Ausnahmen. Und fürs Christentum gesprochen, im Christentum geht es Jesus selbst hauptsächlich darum, wie schuldige Individuen, die das wirklich wollen, beim jüngsten Gericht freigesprochen werden können. Und dass es ein Freispruch ist, die Personen, die das von sich aus wollen, als ein freies Geschenk, ich wiederhole es nochmal, als ein freies Geschenk angeboten wird. Das heißt, dass jemand kommt und sagt, ich will das. Ich weiß doch um das Leid, um die Ungerechtigkeit, um die Unheiligkeit, die ich in die Welt gebracht habe. Ich weiß, dass ich es verdiene, die Ewigkeit in äußerster Finsternis zu verbringen. Ich weiß, dass ich die Höllenstrafe verdiene. Ich weiß auch, wofür ich das verdiene. Aber ich will diese Konsequenz nicht. Ich will die Konsequenz meiner Taten nicht. Und deswegen einfach mal eine Reflektionsfrage, die kannst du deinen Teilnehmern auch genauso stellen. Eine Reflektionsfrage für alle Leute, die sich für gute Menschen halten. Ja, würdest du, Gedankenexperiment, würdest du ein rechtsgültiges und verbindliches Dokument unterschreiben, mit dem du in alle Ewigkeit darauf verzichtest, dass dir jemals irgendeine Sünde wiedergeben werden kann? Also würdest du ein verbindliches Dokument unterschreiben, wenn es das gäbe, mit dem du in Ewigkeit, für immer, ohne Rück- und Wiedergabe darauf verzichtest, dass dir jemals irgendeine Sünde wiedergeben werden kann? Ich nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Sagt dazu Pastor Wilhelm Busch. Er sagt, der erste Lebensschrei eines neuen Lebens heißt, ich habe gesündigt. Sehr gutes Buch hier übrigens, Jesus, unser Schicksal. Und ich, Markus, ich habe viel Schuld auf mich geladen. Wie es in dem Psalmen heißt, meine Sünde ist jeden Tag vor mir. Und ich habe Angst vor den gerechten Konsequenzen meiner eigenen Taten, die ich selbst gewählt habe. Ich habe Angst vor der Hölle und das sollte ich auch. Ich will nicht, dass mir die Gerechtigkeit widerfährt, die ich eigentlich verdient habe. Ich liege vor Gott mit meinem Gebet und ich vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit. Das ist hoffnungslos. Ich vertraue auf Gottes Barmherzigkeit. Nun, diese Barmherzigkeit, die hat einen Namen. Jesus. Und ich bin so dankbar, dass Jesus aus Liebe, aus Liebe zu mir und zu dir einen Ausweg geschaffen hat, sodass ich nicht bekommen muss, was ich eigentlich verdiene. Aus Gnade und aus Liebe. Weil er mich liebt. Wirklich liebt. Und weil er dich liebt. Wirklich liebt. Muslime wissen zwar, dass Gott gerecht ist. Und das stimmt auch. Aber die meisten Muslime wissen nicht, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der sie ganz persönlich liebt. Aber das ist die Wahrheit. So sagt es Issal Masih, der selbst das Wort der Wahrheit ist und nicht verfälscht werden kann. Jedenfalls ist das Jesus ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Himmel, der ist keine Bonuszahlung dafür, dass du im Leben gute Taten vollbracht hast. Der Himmel ist auch keine Belohnung dafür, Christ zu sein. Und die Hölle ist keine Strafe dafür, nicht in der Kirche zu sein oder so ein Blödsinn. Ja? Lass uns hierbei ganz klar sein, weil auch Jesus hier ganz klar ist. Der Himmel ist ein freies Geschenk, das Jesus dir und mir anbietet. Und die Frage ist, ob wir das genug wollen, um unser altes Leben loszulassen und das Neue, das ewige Leben zu greifen. Gottes Angebot, das gilt noch. Aber das wird nicht für immer gelten. Weil entweder wir sterben und kommen vor das jüngste Gericht oder Jesus kommt wieder und bringt das jüngste Gericht zu uns. Aber wir kommen nicht drum herum. Und in beiden Fällen ist es dann zu spät. Deshalb jetzt entscheiden. Jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Ist das alles wahr? Ist das alles wahr, worüber wir hier gerade reden? Ist es wahr, was Jesus von Nazareth historisch nachweislich gesagt hat? Weil nur weil Jesus das gesagt hat, muss es ja nicht automatisch wahr sein. Ja? Erinnere dich mal an den Anfang von diesem Beitrag vor zehn Stunden oder so. Ist es wahr? Ist es wirklich so, wie Jesus es sagt? Ist es wirklich wahr? Trifft es wirklich zu? Weil wenn das stimmt, was Jesus sagt und dass er wirklich mit Gottes Autorität gesprochen hat, dann ist klar, dass wir Jesus über allem nachfolgen können, wollen und auch sollten. Klar kannst du dann mit deinen Teilnehmern noch über Details diskutieren, wie zum Beispiel in welche Gemeinde man gehen sollte, welche Bibelübersetzung und vor allem ganz wichtig die Sache mit dem Schlagzeug. Also wenn wir das nicht geklärt haben, aber das große Ganze ist ja dann geklärt. Jesus nachfolgen. Und genau das heißt es, Christ zu sein. Jesus sagt immer wieder, folge mir nach. Und wir Christen, wir sind diese Nachfolger von Jesus. Was er sagt, ist für uns gültig und bindend. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, was der Jesus sagt, ist für mich nicht gültig und bindend, da will ich mich nachrichten, ist ein freies Land, aber dann ist derjenige halt kein Christ. Ja? Sagt dazu Pastor Willem Busch wieder dazu, er sagt, Gewissheit als Christ heißt, objektiv zu wissen, dass Gott lebt und seine Offenbarung in Jesus Wahrheit ist. Selbst wenn die ganze Welt sie ablehnen würde, dass Jesus zur Versöhnung starb und auferstanden ist, um Sünder zu retten. Selbst wenn keiner davon Gebrauch machen würde. Und selbst wenn du der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten wärst, ja, dann wäre Jesus auch nur für dich gestorben. Weißt du das? Das ist wirklich so. Bleibt also finale Frage, woran können wir das wirklich und verlässlich wissen, ob Jesus wirklich Recht hatte? Ob er wirklich mit der Autorität Gottes gesprochen hat? Ob er wirklich der ist, der er gesagt hat, dass er ist? Erinnere dich an den Anfang. Es kann hilfreich sein, dass du mit deiner Klasse und deiner Jugendgruppe eine Liste erstellst. Nicht nur, was ein gutes Kriterium ist, sage ich dir gleich, sondern auch, dass du klar und ehrlich benennst, was sind nicht gute, was sind unsachgemäße, nicht sinnvolle Kriterien. Was sind schlechte Kriterien, an dem man nicht wirklich festmachen kann, ob eine Weltanschauung wahr ist? Naja, hier ein paar schlechte Kriterien, die durch die sozialen Netzwerke geistern. Woran du es nicht festmachen kannst, ist, ob Menschen Rindfleisch oder Schweinefleisch essen, ob alle Christen sich gut benehmen, wer genau die einzelnen biblischen Bücher geschrieben hat, ob die sogar unfehlbar sind, ob es die Sinnflut gab, wie alt die Erde ist. Das sind alles Dinge, über die können wir reden, klar. Aber daran misst sich nicht, ob das Christentum wahr oder falsch ist. Das Christentum steht nicht auf dem Boden dieser Dinge. Das Christentum steht nicht auf dem Fundament dieser Dinge. Bei manchen historischen Quellen, da wissen wir, wer sie geschrieben hat, bei anderen nicht. Es gibt manche Christen, die sich gut benehmen, es gibt andere, die sich schlecht benehmen. Es gibt manche, die essen manches und andere sind Vegetarier. Deshalb sage ich jetzt etwas Kontroverses, weil ich dich, liebe christliche Zuschauerinnen, liebe christliche Zuschauer, ich will dich zum Finale etwas herausfordern und das einmal ohne Hysterie, sondern um es logisch zu durchdenken. Ob das Christentum wahr ist oder nicht, das hängt noch nicht einmal daran, ob man glaubt, dass die Bibel unfehlbar ist. Warum? Weil du kannst das komplette Evangelium ohne die Bibel haben. In der Bibel, im Neuen Testament, findest du nur die detailliertesten und zuverlässigsten Infos, aber du siehst es schon daran, dass es bereits zehntausende Christen gab, bevor es die erste Zeile des Neuen Testaments je geschrieben wurde. Nochmal, wir können über all das diskutieren und es gibt auch gute Argumente dafür, aber die Wahrheit des Christentums hängt nicht daran. Woran denn sonst? Kurz gesagt an der Auferstehung von Jesus. Siehst du, der renommierte Religionshistoriker Martin Hengel, vor ein paar Jahren gestorben, der bezeichnet diesen himmelschreinenden Unterschied zwischen dem schändlichen Tod eines Verbrechers und jenem Bekenntnis, so kurz nach diesem Tod, also dem Bekenntnis der Augenzeugen von Jesus Leben, dem Bekenntnis, dass Jesus als der ewige Gott bezeichnet wird, der vor aller Zeit existiert hat, das bezeichnet er als auch für die antike Welt analogie los. Also kurz gesagt, so etwas ist historisch komplett einmalig. Das habe ich dir wie gesagt im Buch Kein Gott ist auch keine Lösung nochmal genauer aufgeführt. Und was die Auferstehung bedeutet, das ist auch nicht schwer zu verstehen. Die Auferstehung bestätigt Jesus. Wenn Gott Jesus wirklich von den Toten auferweckt hat, dann wird er das nicht mit jemandem machen, den er nicht ausstehen kann. Dann wird er es nicht mit jemandem machen, der ihm Gott komplett widerspricht, oder? Sondern dann bestätigt Jesus' Auferweckung Jesus selbst und damit das, was Jesus gesagt hat, das biblische Christentum. Und ist Jesus wirklich auferstanden und ist das biblische Christentum wirklich wahr, dann erstens, dann haben wir unseren Verdächtigen, dann haben wir unseren Täter und müssen nicht länger weitersuchen. Zweitens, damit ist die Frage, ob andere dem biblischen Christentum widersprechende Weltanschauungen, ob die wahr sind, die ist dann auch beantwortet. Und das ist wichtig, weil ist das biblische Christentum wirklich wahr, dann sind Weltanschauungen, die etwas komplett Gegenteiliges behaupten, die sind dann falsch. Das heißt, wenn dich Leute fragen, ob man als Christ alle Religionen studieren muss und all ihre Schriften lesen muss und all ihre Behauptungen kennen muss, um die widerlegen zu können. Nicht, dass ich das hätte, aber ich glaube, eine gewisse Allgemeinbildung ist in unserer globalisierten Welt schon nützlich. Aber nein, man muss nicht alles studiert haben. Und das ist ganz logisch, wie bei unserem Tatverdächtigen eben. Du musst nicht alle 1,85 Meter großen Männer aus einer 1-Millionen-Einwohner-Stadt in Untersuchungshaft festsetzen, sondern du brauchst nur den einen Täter finden, bei dem sich der Verdacht so erhärtet, dass es alle anderen Verdächtigen ausschließt. Und genauso hier, am Ende des Tages reicht es zu zeigen, dass das biblische Christentum sehr wahrscheinlich wahr ist, um damit die Wahrheitsfrage aller anderen, aller konkurrierenden Weltanschauungen mit derselben Klarheit zu beantworten. Nämlich, dass sie sehr wahrscheinlich nicht die richtige, nicht die wahre Religion sind, sondern tatsächlich die falsche Entscheidung fürs Leben und Sterben. Deshalb nein, ich denke nicht, dass du als Christin mit deinem Gesprächspartner jede einzelne Religion durchgehen und sie widerlegen musst. Ich denke, es reicht, das biblische Christentum als wahr aufzuzeigen. Deshalb die alles entscheidende Frage, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Die Auferstehung von Jesus, die bedeutet, dass Gott Jesus bestätigt. Jesus' Gegner, die haben zu seinen Lebzeiten behauptet, dass er angeblich der größte Gotteslästerer gewesen wäre, der jemals auf der Erde umhergelaufen ist. Wenn das so wäre, dann würde Gott so jemanden wohl kaum bestätigen und uns ins Recht setzen. Dass Jesus also auferstanden ist, das ist die öffentliche Bestätigung, dass er es wirklich ist, dass Jesus der Wahre ist, dem wir nachfolgen sollten. Und wenn das so ist, was Jesus verkündigt hat, wenn das wirklich die wahre Religion ist, dann macht es keinen Sinn, jemand anderem nachzufolgen und sich an jemand anderem festzuklammern für dein Leben, für dein Sterben und deine Ewigkeit. Und das darfst du deinen Teilnehmern, deiner Gemeinde, deinen Angehörigen und Nachbarn auch genau so sagen, weil es so ist. Du tust ihnen keinen Gefallen, das zu verheimlichen. Niemand beim jüngsten Gericht wird sagen, Gott sei Dank hat der Micha, Gott sei Dank hat die Sophia mir nie das Evangelium erzählt. Denk mal drüber nach. Deshalb die letzte und finale Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Weil wenn nicht, sollte niemand von uns Christ werden, auch du und ich nicht. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann verändert das alles. Also, ist Jesus wirklich auferstanden? Und was ich mal gemacht habe, und das kann ich dir nur empfehlen, nimm dir mal wirklich die Zeit, das zu machen. Es ist hochspannend, ist, dass ich mal für euch reingeguckt habe. Was steht denn in nicht christlichen Quellen über Jesus drin? Was steht denn im Brockhaus? Was steht denn in der Enzyklopäde Britannica? Was schreiben denn säkulare, nicht christliche Historiker über Jesus? Ja, und alle sind sich einig, dass der Jesus von Nazareth damals aufgetreten ist mit einem unbeschreiblichen, nie dagewesenen Bewusstsein, dass er Gottes und an Gottes Stelle reden und wirken und tun kann. Und dann gibt es ein paar Fakten, wo sich alle säkularen Historiker einig sind, dass das in den 30er Jahren passiert ist. Und die sind folgende. Das erste Ding ist, alle sind sich einig, dass dieser Jesus damals an einem römischen Holzkreuz zu Tode gefoltert wurde. Daran gedenken wir Christen an Kaffreiter. Das zweite, worüber sich alle einig sind, ist, dass das Grab, in das Jesus gelegt wurde. Jesus hat ein ehrenvolles Begräbnis erhalten von Josef von Arimathea, ein Mitglied des Hohen Rates der Juden damals. Und dass dieses Grab am dritten Tag danach, am Ostermorgen, am Sonntagmorgen leer war. Und niemand, wirklich niemand wusste, wo der Leichnam war. Das dritte Ding ist, dass das danach, ja, danach haben Individuen, Gruppen von Menschen in ganz verschiedenen Konstellationen, in ganz verschiedenen Umständen davon berichtet, dass Jesus ihnen erschienen ist, dass sie mit Jesus Umgang haben, dass sie mit ihm gegessen, gesprochen haben und ähnliches. Und sie waren zutiefst überzeugt davon, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und nicht nur seine eigenen, nicht nur seine eigenen Jünger, nicht nur seine eigenen Freunde, die das berichtet haben, sondern noch weit, weit mehr, ja. Zum Beispiel, ein Beispiel ist der Skeptiker Jakobus, ja. Jesus Halbbruder. Jesus Halbbruder war zu Lebzeiten sehr, sehr skeptisch darüber, dass Jesus wirklich Gott sein soll. Kann ich verstehen. Mein kleiner Bruder hielt sich auch immer fürs Zentrum des Universums. War ich auch skeptisch. So. Nachdem Jesus einmal auferstanden ist, ist es tatsächlich so, dass selbst Jakobus gesagt hat, ja, er ist wirklich auferstanden. Ich glaube daran und ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben. Und damit nicht genug. Letzter Punkt. Jesus ist sogar seinen Feinden erschienen. Berühmtestes Beispiel ist der jüdische Kommissar Saulus von Tarsus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt hat, der sich nichts mehr gewünscht hätte, als das Christentum von der Erde auszulöschen. Und selbst der berichtet davon, dass der auferstandene Jesus ihm wirklich erschienen ist. Und all diese Sachen sind nicht kontrovers. Über nichts davon wird noch diskutiert. Diskutiert wird, was am meisten Sinn ergibt. Und wenn du mich fragst, wenn Jesus auferstanden ist, würde es genauso aussehen, wie es aussieht.